Ja, dann würde ich mal sagen, Leute, sind wir soweit, ne? Nimmst du auf? Ja, sicher. Dann sind wir am Start. Ich nehme mal kurz mal einen Sipfen beim Getränk hier. So. Schade. Ich habe gerade versucht. Obwohl, das geht. Wenn ich jetzt so still halte, dann ist das eine sehr gute Werbeplatzierung. Das musst du dann im Schnitt sehen. Ich nehme an, ich weiß, worum es geht. Auch wenn ich dich gerade nicht sehen kann auf dem Video. Warte mal. Ich kann das ja einfach mal Interessen halber bei dir anmachen, denn siehst du, das ist jetzt auch kurz live. Warte mal, guck mal an der Kamera. Ja, jetzt. Ja, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich. So. Ich habe erst versucht, ob das vielleicht irgendwie so geht, aber leider nicht so ganz. Ah, scheiße. Schön wäre es gewesen, aber. Herzlich willkommen zu dieser neuen Shopcast-Folge, sage ich mal. Ja, genau, Shopcast-Folge 64 ist es, glaube ich. Ich muss mal fragen, weil ich es selber nie weiß. Es ist, glaube ich, die 64. Ja. Ich habe es sogar richtig im Kopf. Ich habe das tatsächlich auch nicht so ganz mit dabei, wie Philipp meine Folge gerade ist. In der Tat. Natürlich, du als eingefleischter Shopcast-Fan musstest ja eigentlich wissen. Bin ich ja eigentlich tatsächlich. Ja, immerhin. Ich muss ehrlich zugeben, ich höre deinen Podcast viel zu selten, aber wenn ich ihn höre, dann finde ich ihn jedes Mal geil. Das freut mich. Das ist immerhin das. Also gerade, ich habe ja letztens, da habe ich ja auch dich quasi referenzt, als es da um meine Edition quasi zu deiner Body-Shaming-Folge ging, habe ich ja auch gesagt gehabt, habe ich ja deinen verlinkt gehabt und so. Und den darüber fand ich auf jeden Fall sehr cool. und ich muss mir echt mal vornehmen, öfter reinzuhören, aber ich höre halt eigentlich gar keinen Podcast außerdem vom Mundstuhl alle zwei Wochen. Ansonsten bin ich eigentlich bei Podcasts ziemlich raus. Aber das ist eigentlich ein Umstand, der sich ändern sollte. Aber dann ist es ja für mich eine noch größere Ehre, dass du da reingehört hast. Ja, sowieso. Es ist halt so. Ich muss ein bisschen mich heranhalten. Podcast ist immer eine schöne Sache, um Zeit ein bisschen totzuschlagen und so. Das ist richtig. Der größte Punkt, wo ich halt Zeit totschlagen muss, immer wenn ich, oder was heißt Totschlagen, wo ich Zeit habe, ist, wenn ich im Auto in die Uni fahre, das ist ja meistens so eineinhalb Stunden oder eine Stunde bis eineinhalb Zeit, dann höre ich da halt in der Zeit lieber wirklich mal halt Musikalben in voller Länge. Das ist halt der Zeitpunkt, wo ich mir da mal Zeit für nehme. Und Podcasts höre ich halt so nebenbei, wenn ich mal in meinem Zimmer ein bisschen Ordnung mache oder mal das Bad putze oder so, solche Aktivitäten halt. Und da ist es halt am meisten Sonntag und da ist halt meistens der Mundstuhl-Podcast am Start. Das ist halt, aber ich muss mal mal gucken, der sich da einen da unterbringen, weil wie gesagt, es macht immer Spaß, jetzt zu hören auf jeden Fall. Und es ist auch schön, dass du heute wieder da bist. Der gute Rick hier wieder am Start heute. Ja, gerne. Es gibt ja auch wieder einen festlichen Anlass dafür. Es gibt wieder einen festlichen Anlass, wollte ich gerade sagen. Das heißt nämlich, wir haben eine neue Folge der drei Wasserzeichen, äh, Fragezeichen. Richtig. Es geht um die neue Folge TKKG. Genau. Dann die ist, die ist TKKG. Nein, aber was? Wir wollen ja niemanden, niemanden gegen niemanden shooten. Nein, die Folge 207 der drei SASE-Zeichen, nämlich die falschen Detektive. Jetzt sind sie endlich entlarvt, ja. Und es ist natürlich die Frage, wer sind eigentlich Jonathan Miller, Stan Young und, äh, Micky Jefferson. Das fragen sich manche Leute und die werden es erfahren, wenn sie diesen Podcast hören oder sich die drei Fragezeichen Folge Nummer 207 anhören. Am besten beides. Ja. Erst den Podcast, dann die Folge. Genau. Vor allem, weil wir in der Folge ja auch, im Podcast auch nicht irgendwie sagen, um was es geht oder so. Nee, gar nicht. Eigentlich wäre es andersrum besser, aber. Am besten erst den Podcast, dann die Folge, dann den Podcast. Richtig. Erst für die Vorinformation, dann selber hören und dann die Information nochmal bestätigt bekommen. Oder so. Ah, scheiße, geil. Um zu überprüfen, haben die da wirklich auch die Wahrheit erzählt? Fun fact, nein. Haben die auf einer richtigen Folge geredet? Nein. Wir lügen, was das Zeug hält. Das ist, äh, ich muss nochmal einen Sip nehmen hier, das ist einfach zu geil. Ich hab eigentlich nur ein Wässerchen hier. Ja, ey. Ja, wir haben uns, ja, mich und ich haben uns vor ein paar Wochen einen Soda-Stream gekauft und wir erforschen gerade so die Gefilde der Geschmäcker, die es da an Sirup-Zeug gibt. Mmh. Wir sind jetzt bei zuckerfreiem Mountain Dew angekommen. Das ist voll geil. Ich liebe es. Das ist einfach nur schön. Als ich Mountain Dew mal probiert habe, das war letztes Jahr, als ich in Koblenz war, da war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, Mountain Dew wäre halt sowas Energy-mäßiges, aber das schmeckt halt einfach nur wie Sprite. Da war ich ein bisschen, da war ich so, ach, schade. Wie Sprite? Das stimmt, das hat echt ein bisschen was von Sprite. Ja. Aber ich finde, es schmeckt geiler. Oder Seven Up. Ja, Seven Up hatten wir auch schon als Sirup gehabt, aber normalerweise... Seven Up ist für mich persönlich das bessere Sprite, muss ich sagen. Da ist ein bisschen mehr Pfeffer hinter. Nicht im Geschmack, wäre ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, wäre ein bisschen komisch. Aber schon. Aber schon, ja. Aber schon. Einigermaßen darauf. Ja, ich habe Seven Up letztens wieder getrunken gehabt. Allgemein trink ich sowas nicht so viel. Also jetzt halt mit den Soberstream-Sachen, wenn es so zuckerfrei ist, ist es okay. Aber normalerweise gebe ich mir sowas nicht. Da bin ich dann doch auf die Nährwerte fixiert. So, aber nur bei Energydrinks, da scheiße ich drauf. Das ist aber auch dann nur mal irgendwas zwischen 0,3 und 0,5 Liter und nicht halt irgendwie direkt mal so eine Liter Fasche oder sowas und dann zwei davon am Tag. Wenn man das halt wirklich so als Konsum sich reinzieht, ist es mir doch zu viel. Also quasi als Wasserersatz. Eine Freundin von mir, die hat sich dann eine ganze 1,5 Liter Flasche gekauft und davon einen Liter auf der Arbeit weggesoffen und hatte dann erstmal ein bisschen mit der Pumpe zu kämpfen. Ja. Also das ist ja auch gerade solche Sachen so wie Sprite oder Cola oder sowas trinke ich halt auch nicht gegen den Durst, sondern weil ich halt Bock drauf habe. Und da trinke ich halt meistens mal so so eine 0,3er Dr. Pepper zum Beispiel ziehe ich mir rein, dann ist der Wille nach sowas auch befriedigt, sag ich mal. Da könnte ich mir jetzt auch keine 1,5 oder so von reinziehen, also Liter. Ja, ich könnte mir auch nie wirklich, wenn ich wirklich richtig Durst habe, dann trinke ich auch nichts Süßes. Also das schmeckt dann halt nur eklig und dadurch, wenn man sowieso schon einen Pappmaul hat, ist er einfach nur so dieses, hä, nee, ich brauche Wasser. Zur Not, im schlimmsten Fall trinke ich dann auch mal Leitungswasser, aber normalerweise immer mein schönes aus der Quelle. Jawohl. Aus zuverlässigen Quellen, ne? Genau. Das einzige, was ich halt immer mache, wenn ich wirklich Bock habe auf Geschmack und währenddessen richtig Durst, dass ich halt irgendeinen Saft nehme oder sowas und den halt verdünne mit Wasser und das halt dann erfrischend schmeckt, das mache ich im Sommer ganz gerne. Habe ich auch teilweise schon mit so Sachen wie Sprites zum Beispiel gemacht, ich habe mir auch teilweise schon Energydrinks mit Wasser verdünnt, weil ich einfach finde, dass sie normal zu krass geknallt haben und ich wollte es halt einfach eher trinken, weil ich wirklich Bock auf den Geschmack hatte und nicht, weil ich jetzt die Energie gebraucht habe. Und dann habe ich das im Sommer auch schon mal so gemacht, Leute gucken mich immer komisch an und sagen, was machst du da für eine Scheiße, aber ich finde es legitim. Ich wäre einer davon. Schmeckt doch wässrig dann wie Scheiße. Das kommt ganz auf Energy an, wenn er normalerweise richtig krank süß schmeckt und dann ist er plötzlich erfrischend. Wenn er so schon nicht so stark ist, sag ich mal vom Geschmack her, dann würde ich es nicht machen. Ich habe es letztens gerade aus Notdurft sag ich mal gemacht, als ich ins Gym gefahren bin und auch so eine halbe Energydose offen hatte, habe ich mir dann einfach in meinen Shaker reingemacht, habe da Wasser dazu gemacht, dass es halt voll ist, dass ich was zu trinken habe. Und dann war das aber ein Shaker, der nicht so ganz dicht ist, dann bin ich im Gym angekommen und mein Handtuch und meine Sportklamot war voll an Energygeschmack. Ist doch nicht so geil. Jetzt habe ich mir erstmal einen neuen Shaker bestellt. Ruckst du den auch direkt anziehend auf alle anderen drumherum? Richtig. Du bist so energetisch. Lass mich mal abschlecken. Natürlicher Moschus. Genau. Mit Mangomate-Geschmack. Wie bist du da eigentlich eingestellt in Sache so fruchtige Energies? In Sachen im Gym Leute ablecken, finde ich ganz super. Kommt an, wer fragt. Fruchtig schmeckende Energies. Ist normal, oder? Also finde ich geil. Ich bin tatsächlich irgendwie so, also ich kann mit alles, was über diesen Gummibärchensaft hinausgeht, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Egal, ob es diese Rockstar Punch heißen die, glaube ich, mit dem Fruchtkram sind oder sowas. Das schmeckt mir irgendwie alles nicht. Ich brauche immer so die Klassik-Sorten. Okay, finde ich krass. Ich bin da eher derjenige, der zu den Fruchtsorten tendiert, witzigerweise. Jetzt zum Beispiel, was ich richtig ekelhaft finde, ist der ganz normale Booster. Ich finde, der schmeckt übelst nach Pisse. Da trinke ich eventuell eher den Juice, den Exotic. Bei Monster mag ich alle Sorten, sowohl den klassischen als auch die anderen. Da schmeckt der Assault ein bisschen komisch. Aber das ist ja auch so eine Energy-Cola-Geschichte. Und die finde ich auch mal ein bisschen fragwürdig vom Geschmack. Die schmecken meistens irgendwie so ein bisschen bitter und ekelhaft. Boah, da muss ich gerade mal überlegen. Assault, war das der Rote mit dem Camouflage? Ja, genau der. Ich glaube, das gucke ich vorsichtig nochmal nach. Ich meine nämlich, das ist der erste Energy, den ich je getrunken habe. Ach, komm. Dann muss ich ja... Ja! Ach, ja, den mag ich tatsächlich. Tatsache. Den habe ich früher mal ganz gerne getrunken, aber irgendwie habe ich relativ schnell so ein bisschen den Geschmack daran verloren, sage ich mal so. Und dann habe ich irgendwann den Booster mit Cola getrunken und der hat mich dann an den Assault erinnert, bloß in schlechter. Und seitdem mag ich den Assault auch nicht mehr so gerne. Das ist irgendwie dieses Energy-meets-Cola-Ding ist nicht so mein Fall. Da bin ich dann wirklich eher so... Also was ich ja richtig geil finde, ist halt der Mango-Loco von Monster oder auch der von Rockstar. Da habe ich dieses Jahr einige Sorten für mich entdeckt, weil hier bei uns im lokalen großen Edeka, wo wir halt unsere Energies meistens geholt haben, Michi und ich, haben sie irgendwann so ein bisschen für einen Monat oder zweimal keine Monster mehr gehabt, weil irgendwie scheinbar Lieferengpass war oder sowas. Da hatten sie halt eher Rockstars gehabt, da haben wir halt da zugeschlagen. Und was ich da für mich entdeckt habe, ist halt dieser Blaue, der, glaube ich, eben was für den Kranapfel oder sonst irgendwas. Ja, Blueberry, Kranapfel oder was das war und der Lila, der Grape einfach. Die finde ich ziemlich geil. Was ich vorher schon mochte, war der Pineapple Coconut, der hellblaue. Der ist so fett. Den liebe ich wirklich. Den habe ich, glaube ich, einmal probiert, weil ein Kumpel sich den gekauft hat, damals im Fachabi. Und dann hat er aber keinen Bock mehr drauf gehabt, dann habe ich den halt getrunken. Den würde ich jederzeit, wenn ich mir jetzt noch reinziehen habe, ich glaube, letztes Jahr wieder getrunken habe, letzte Woche oder vorletzte Woche. Richtig geiles Ding. Ja, auf jeden Fall, Energydrinks sind einfach Leben. Also in den letzten Wochen habe ich echt weniger getrunken. Da hatte ich auch zeitnah gar keinen Verlangen danach gehabt. Jetzt aktuell auch wieder eher ein bisschen gediegener. Also vor ein paar Monaten habe ich echt noch jeden Tag eingetrunken. Da habe ich dann auch mal eine Woche Pause gemacht oder so. Da hat der Michi jetzt auch gerade gemacht, einen Monat lang ohne Koffein. So weit bin ich nicht gegangen. Ich trinke halt letztendlich öfter mal einen Kaffee halt am Tag oder so. Und dann macht mir halt in meinen Shake ein bisschen Booster rein, aber auch nicht wirklich viel. Also halt Booster im Sinne von Pulverbooster für so Konzentrations- oder Trainingsbooster, aber halt nicht als Energydrink. Das habe ich letztendlich gemacht, wo er ausgelaufen ist. Das war Booster. Aber ja, also aktuell bin ich, was die Koffeinwerte angeht, auf jeden Fall so ein bisschen. Da bin ich ein bisschen runtergeschraubt, habe ich ein bisschen runtergeschraubt. Und ich habe auch so auf den Energy-Geschmack gar nicht so wirklich Bock gehabt die ganze Zeit. Deswegen, ich habe mir jetzt am Freitagabend wieder eine Dose Monster, äh Monster, Monster Punch. Hab ich ja ein Monster. Monster Punch, da kam das her. Da habe ich mir reingezogen auf eine Autofahrt, weil ich da auch über den Tag schon ein bisschen müde war, aber ansonsten habe ich eigentlich aktuell, das war das erste Mal, dass ich wieder eine 05 Energy getrunken habe seit ein paar Wochen. Das war jetzt aktuell die ganze Zeit gar nicht mehr so in meinem Fokus gewesen. Von daher, hm. Aber guck, ich habe ja jetzt aus dem Fan-Paket hier vom René letztens, Grüße gehen raus, ich weiß ja, der hört den Podcast öfter mal ganz gerne, habe ich ja das Paket bekommen, was ich im Stream ausgepackt habe. Und da waren ja wieder ein paar Dosen drin. Das heißt, ich bin ja jetzt aktuell ausgestattet. Mal gucken, wo die Reise hinführt die Woche. Das stimmt. Ach gut. Naja. Talking about Fanpost. Gestern hat mir ja der der gute Tobi, der Loris, noch hier was zugeschickt gehabt. Ich kann es nochmal zeigen, weil es gerade so geil war, weil eine Sache, davon habe ich gerade nicht griffbereit. Ein Filmchen und Musik. Ja, das schöne Papa Roach Best-of-Album, weil er mir ja auch immer in den Streams zum Reakten von Papa Roach vorschlägt, wo ich ja mit dort einiges, ja, einigen Gefallen gefunden habe. Und Spider-Man Far from Home auf Blu-Ray, was ich dir nebenbei mal erwähnt hatte, weil ich nach Marble-Helden gefragt wurde im Stream. Fand ich ziemlich geil, da habe ich es auch gerade mal den Film rüberzuschicken. Ja, das ist echt nett. Werde ich mir nächstes Mal wieder reinziehen, dann fand ich schon ziemlich nice. Heute habe ich mir erst mal wieder ein 30-Tage-Gratis-Netflix-Account gemacht. Wieder? Hatte ich schon mal, komischerweise, damals mit einer anderen E-Mail-Adresse, und ich hatte das noch im Kopf, dass man nur mit einer Konto, also mit einmaligen Kontodaten das machen kann. Ja, und jetzt wurde mir das von Netflix quasi wieder angeboten. Dann dachte ich, ja gut, nehme ich das wahr, kündige direkt, damit ich nur die 30 Tage gratis habe und danach nichts zahlen muss und dann ist gut. Jetzt habe ich Bock, mir nochmal die Iron Man Trilogie anzuschauen und ich habe mir noch so Filme wie Sieben und Minimanto mal auf die Liste gepackt, weil die habe ich noch nie gesehen. Und hier von der Nolan Batman Trilogie habe ich mir mal Batman Begins und The Dark Knight Rises reingepackt, weil den zweiten Teil, den habe ich auf 4K Blu-Ray hier, den brauche ich mir nicht mehr angucken. Den kenne ich schon. Deswegen, das wird wunderschön in den kommenden Tagen. Ja, nice. Ich habe aktuell seit ein paar Monaten kein Netflix mehr. Muss mich eigentlich auch wieder irgendwie ziehen, wenn ich mal wieder, na, ist halt die Frage. Bei mir, ich habe es halt Anfang von Corona aus direkt mal so Geld runterschrauben Gründen habe ich es halt gekündigt gehabt. Habe jetzt eigentlich meine monatlichen laufenden Kosten neben Fitnessstudio auf WWE Network wegen meinem Wrestling Podcast mit meinem einen Coverband-Kollegen und ja, meiner Pro Tools Lizenz für die Uni beschränkt, weil ich da nicht so viel Zeug nebenbei noch haben wollte. Verständlich. Vor allen Dingen, wenn ja auch einige Sachen dann wegbrechen und sowas. Richtig. Ja, von daher habe ich da mal ein bisschen zurückgeschraubt. Aber Netflix reizt mich ja aktuell gar nicht so krass. Ich müsste jetzt auch nicht, vor allem auch nicht die Zeit irgendwie groß was zu gucken. Ich bin froh, wenn ich zwischendurch mal Zeit finde, zum Genuss Musik zu hören. Das ist für mich schon irgendwo, ja, das reicht mir schon vollkommen aus, sage ich mal so. Oder auch eben mal die ein oder andere Folge der drei Fragezeichen. Ja. Um mal aufs Thema zu kommen. Richtig. Wobei ich da auch in den letzten Monaten immer vor mir her schiebe, mal wieder ein bisschen was zu hören. Ich wollte mir zum Beispiel auch noch das neue Hörbuch anhören, wo Katrin Fröhlich die singende Schlange liest. Aber das habe ich auch noch nicht hinbekommen, mal reinzuhören. die Premierenfolge, wo sie damals selber auch in der Hörspielreihe mitgemacht hat. Das ist richtig. Und wo sie ja auch dann entsprechend bei dem Live-Hörspiel letztes Jahr nochmal live mitgemacht hat. Richtig. Und da habe ich übrigens noch mal Grüße gehen raus an die ganzen Dislikes unter unserem Podcast zu dem Thema. Ja. Schön, dass ihr da wart. Ich nicht. Schreibt doch gleich den Titel, ich verarscht die Leute. Das war so herrlich, als ich das gesehen habe. Ich kann nochmal gerade kurz, für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich kann nochmal gerade kurz dahin gehen zu dem Video und das mal vorlesen. Ja. Das habe ich letztens im Livestream auch wieder thematisiert gehabt, weil ich gefragt wurde, warum der Podcast eigentlich so viele Dislikes hat und ich sagen musste, ich weiß es nicht. Ich muss gerade mal kurz gucken. Bis dann dieser Kommentar kam und dann, ah, deswegen. Ja, ja. Vor allem, weil ich halt auch bisher darauf eigentlich gar keine negativen Kommentare bekommen hatte. Aber eben dann. Wo man auf den Teufel spricht. Vor allem ist ja erstmal im Livestream, sind ja erstmal alle Leute rübergegangen, haben dem Podcast nochmal irgendwie, ich glaube, zehn Daumen hochgegeben oder sowas. Jetzt sind wir bei 37 Likes und 54 Dislikes. 10.949 Aufrufe. Du, was? 10.949 Aufrufe. Das ist eines meiner meisten geklickten Bies auf dem Channel. Fucking hell, Alter. Das sind halt so Kommentare dabei, wie, ja, ich war in Oberhausen, fand die Show sehr gut. Ich wäre am Durso und Soviel in Mannheim gewesen. Grüße genommen ins Raus. Mannheim war ich auch. Wann kommt die DVD raus? Weiß das jemand? Und dann gab es halt hier den Kommentar. Ja, ist ja schön, dass ihr alle live dabei wart. Herzlichen Glückwunsch. Ich leider nicht. Ich bin hier, weil ich dachte, ich kann mir das mal eben anhören, aber war wohl nichts. Euer Scheiß gelabert oder niemanden. Clickbait im Titel. Was soll der Müll? Schreibt doch als Titel, dass die Leute verarscht. Es ist nicht so, als ob da stehen würde Hashtag drei Fragezeichen, Hashtag live, Hashtag Podcast. Dann ist das Thumbnail, das mit meinem Shopcast-Logo, wo Special-Folge drüber steht und das Thema, dass es darum geht und eben auch der Titel. Da steht nirgendwo Aufzeichnung oder sowas. Und vor allem steht in der Beschreibung, in der heutigen Folge habe ich mich Rick zusammengefunden, um über die aktuelle Live-Tour zu sprechen. Also richtig. Also da habe ich auch geschrieben, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Ich weiß nicht, vor allem wie blind denn anscheinend auch andere Leute waren, dass die dann da raufgeklickt haben und dachten so, das ist jetzt aber keine Live-Aufnahme. Warum nicht? Steht zwar auch nirgends, aber es ist auch keine. Erstmal disliken. Das ist halt, ich weiß halt nicht, vor allem, wir haben da ja auch ziemlich, ziemlich viel, sagen wir mal so, Inside-Wissen und so Fan-Girl rausgehauen und sowas. Eigentlich sollte das ja vielen Leuten zusagen, die die drei Fragezeichen feiern. 80% hätten eigentlich abonnieren müssen. Eigentlich, ja, aber wahrscheinlich haben 80% nicht mal die ersten zwei Minuten davon gehört. Das kann gut sein. Wenn man halt mit falschen Erwartungen rangeht, schade. Ich sage mal so, die Klicks habe ich trotzdem und ich sage mal so, das Video ist monetarisiert, das ist auch gut so. Ich sage da mal nichts weiter zu. So zwei, drei Euro. Oh, kann man da dann schön rauskriegen. Vielleicht auch zwei, drei mehr. Das ist schon für meine Verhältnisse eigentlich witzigerweise mein best monetarisiertes Video. Nice. Also haben sich Dislikes auch gelohnt, dass es in Kauf nehmen, Dislikes. Ja, definitiv. Kann ich halt drüber lachen, das ist halt irgendwo lustig. Ähm, naja, es ist halt, ist fragwürdig, aber gut. Ich sage halt auch immer in den meisten Fällen, wenn jetzt Dislikes kommen, aber keine Begründung quasi entsprechend, warum es dir nicht gefallen hat, ja, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. Dann ist das einfach nur eine Interaktion fürs Video und bringt mich weiter. Punkt. Und selbst wenn ein Kommentar geschrieben werden würde, in dem Fall würde es mir was bringen, weil A, auch von Algorithmus und B, würde es mir halt aber auch, also würde es den Leuten nichts bringen, weil es ändert nichts daran, wenn sie schreiben, dass sie sich eine Aufzeichnung gewünscht hätten, dass es ein Podcast ist. Das ist auch kein Feedback, was ich mir zu Herzen nehmen kann, weil es nichts ist, was ich aktiv ändern kann. Das ist halt keine Kritik, so, ja, das finde ich jetzt so scheiße, dass du es nicht illegal aufgenommen hast und den hochgestellt hast. Ja. Das ist genauso, wie wenn ich zum Fußballspiel gehe und mich darüber beschwere, dass die Golfschläger fehlen. das ist halt irgendwo, ist das ein bisschen sinnlos. Ja, da hatte ich mit jemandem auch vor kurzem das Thema irgendwie von wegen irgendwelche Kritiken auf Google oder so schreiben, wo dann drin steht, so, ja, war im Sushi-Restaurant, hat Scheiße geschmeckt, weil ich hasse Fisch. Genau, genau. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wenn ich immer Leuten erzähle, oder wenn so Leute, zum Beispiel bei Alternative Ways jetzt, meiner Band, wenn ich dann Leuten die Songs zeige und die sagen, ja, es ist schon geil, aber der Gesang fehlt mir irgendwie so. Wenn da jemand singen würde, wäre es cool. Ich so, ja klar, ein Motorrad wäre auch sicherer, wenn es eine Karosserie und vier Reifen hätte. Das ist halt was ganz anderes. Du gehst ja auch nicht zum, 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 weiß ich nicht, Andreas Burani-Konzert und fragst dich, wo die Gitarren sind. Richtig. Gut, ich gehe da nicht hin, weil ich weiß, dass da keine sind, aber zumindest nicht, so Metal-mäßig. Keine Ahnung, es ist halt, es ist ein bisschen am Ziel vorbei, genauso ist es halt beim Podcast, genauso ist es hier in dem Fall. Aber ich sage mal so, ich finde es halt lustig. So, ich finde es halt einfach lustig. Und da ich dadurch keinen Nachteil habe, weil ich sage mal so, es, keine Kritik, die hier geübt wurde, geht mir irgendwie nahe, weil es nichts ist, was sich irgendwie auf das eigentliche Produkt, was wir da abgeliefert haben, nämlich den Podcast über das Thema, irgendwie zu tun hat. Es wird ja nicht gesagt, wir reden irgendwie undeutlicher, wir haben keine Ahnung, Sondern es wurde einfach nur gesagt, ich wollte was anderes. Ihr lügt, Andreas Fröhlich lebt gar nicht mehr. Zum Glück tut er das noch. Ja. Denn sonst müsste es wirklich bald neue drei Fragezeichen geben, wie es ja dir auch hier in der neuen Folge gegeben hat, nochmal den Bogen zu spannen. Richtig. Ja, die drei Fragezeichen, Folge 107, jetzt fangen wir mal damit an. 207. Habe ich 107 gesagt? Ja. 307. Kommt nächstes Jahr lang. Ja, Minus und Minus ist Plus, ne? Macht keinen Sinn, weil ich gerade gesagt habe, ist doch egal, war beabsichtigt. was mir gerade auffällt. Ich liebe diese Podcastaufnahmen immer. Ich auch. Vor allem, es ist immer so geil, wenn dann so, du kennst mich ja mittlerweile, meinen Humor, wenn dann so Leute, die mich halt noch nicht so gut kennen, wenn ich dann so einen Spruch bringe und die halt meinen, ich wäre wirklich dumm, weil ich sowas einfach absichtlich sage, aber es immer so klingen lasse, als würde ich mich versprechen, weil das halt für Leute lustiger ist. Das ist so, wenn Leute, die den Humor nicht checken, hört euch mal Rolf Müller an. Das ist ein Comedian, der macht das auch immer. Ralf Müller? Rolf. Ralf, ja, Ralf. Das ist halt auch, der, ja, von dem kommen natürlich die Sprüche. Gibt es nicht, was? Fußballer oder so, der so heißt? Also jetzt als Schauspieler kommt mir nur noch Ralf Richter in den Sinn. Keine Ahnung. Bestimmt irgendeinen bekannten Rolf. Schauspieler. Äh, Fußballspieler. Ich kenne nur Walter Frosch, Zigaretten. Was? Zigaretten. Bester Mann. Ne, jedenfalls Rolf Müller, klare Empfehlung aus dem Comedy-Bereich. Ja, mein, das eine ist wichtig und alles andere ist primär, sage ich nur. Oder, das ist ein zweigleisiges Schwert. Solche Sprüche kommen von ihm. Da habe ich so ein bisschen diese Art und Weise hier, Sachen zu verdrehen. Wenn Sie sich heute fragen, wer das kommt. Genau, ich bin gerade auf Spotify bei der Folge und was mir gerade auffällt, was ich mir erst mal hören gar nicht gemerkt habe, weil ich es dann im Auto laufen lasse und habe nicht wirklich auf das Handy geschaut habe. Der Titelsong ist mittlerweile das einzelne Track in Spotify drin. Ja, genau. In der Folge. Krass. Ich würde jetzt nicht skippen wollen, weil ich mag den Titelsong, aber falls man das möchte, hat man jetzt die Möglichkeit. Ja, ich bin ja einer, also dadurch, dass ich halt schon so viel Kram gehört habe, ich skippe den halt immer. Bei den alten Folgen beispielsweise weiß ich halt auch immer, ich muss so auf um die 40 Sekunden, dann beginnt die Folge und dann finde ich das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man hier direkt sagen kann, okay, ich will mit der Folge regulär starten und brauche jetzt weder die Inhaltsangabe noch den Titelsong. Ne, die Inhaltsangabe skippe ich meistens auch. Den Titelsong finde ich aber gehört dazu, den würde ich nicht skippen. Aber das ist Geschmackssache. Man merkt auf jeden Fall, dass er wohl öfter mal geskippt wird, denn der erste Part, also ich sag mal so die Inhaltsangabe hat hier 22.000 Klicks ungefähr bei Spotify. Das erste Kapitel hat 56.000 und der Titelsong hat weniger als 1.000. Krass. Der wurde öfter geskippt. Eine Sache, die ich auch überlegt habe, denn für die Neuvertunung zu benutzen, ist diese Art und Weise, wie das Outro gemacht ist, wo dann die ganzen Sprecher und so aufgezählt werden. Ich glaube, das mache ich in der Neuvertunung dann auch so, wenn die irgendwann mal erscheinen sollte, innerhalb der nächsten 18 Jahrhunderte. Hängst du da eigentlich auch noch an der Mache oder liegt es gerade nur an mir, dass ich keine Zeit habe, die Musik zu machen? Nee, also ich brauche auch noch von einigen Leuten die Voice Clips und sowas, also da fehlt noch einiges. Es fühlt mich gerade ein bisschen besser. Und ich muss eigentlich auch noch ein paar Effekte aufnehmen, da kam ich auch noch nicht zu. Ich denke mir die ganze Zeit so, auch wenn ich wieder meine Folge höre, so ah ja cool, da könnte man noch so einen Track machen, der in die Richtung geht, weil so wiederkehrende Sachen sind ja auch immer wieder dabei, so wiederkehrende Musiken, die man halt immer wieder kennt. Und ich denke mir so, ah, das kann man noch machen, da kann man so ein bisschen dran anlehnen. Aber ich komme halt nicht dazu, es umzusetzen, das ist halt aktuell echt so ein Krampf. Aber ich bin auch echt eigentlich daran interessiert, dass ich das Projekt fertig zu kriegen, weil ich halt auch einfach mal hören möchte. Es ist halt voll das geile Projekt eigentlich, wo ich richtig froh bin, dabei sein zu können, mitzumachen, was mir auch beim Sprechen richtig Spaß gemacht hat, auch bei der Musik bisher. Aber irgendwie ist es halt einfach so zeittechnisch aktuell, weil es halt irgendwie momentan komme ich halt vorne und hinten irgendwie nicht hinterher mit dem ganzen Kram, den ich eigentlich machen sollte. Das ist eigentlich echt schon ein bisschen belastend. Aber naja, jedenfalls die Folge 207. Jawohl. Da sind wir 25 Minuten dabei, haben wir nichts wirklich Produktives darüber gesagt. Außer der Titel das noch einzeln ist und geskippt wird. Nee, im Baumarkt. Im Baumarkt beginnt der ganze Spaß. Wie war das mit der Date letztens? Von Mensch Markus. Ganz genau daran musste ich direkt denken, als die Folge angefangen hat. Ich dachte so, fehlt nur noch, dass jetzt Markus Maria Profitlich da ist. Oh, wenn der mitsprechen würde, das wäre natürlich saucool als Baumarktverkäufer. Ja. Da müsste man eigentlich wirklich mal öfter mal solchen Leuten solche Rollen geben. Das ist genau wie Oliver Kalkofer als Typ, der auf AstroTV reinfällt bei Signal aus dem Jenseits. Das war ja genau so eine Rolle, die so für ihn gemacht war, weil er ist ja immer in seiner Sendung so verarscht. Das war ja halt sowas und da halt vielleicht dann mal so, weiß ich nicht, mal irgendwie den Schauspieler von Hausmeister Krause irgendwie den Hausmeister sprechen lassen oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Solche Sachen halt. Ja, genau. Das ist halt, das ist solche, das fände ich total geil. Genau. Wir starten im Baumarkt und der gute Bob Andrews kauft einen Metalldetektor. Oder? Etwa nicht. In der Tat, denn Bob Andrews sieht, wie Bob Andrews etwas kauft. Ja, richtig. Bob Andrews sieht, wie Bob Andrews etwas kauft. Und da hat man auch direkt schon mal dieses Gefühl von, also muss ich ehrlich sagen, als das Ding losging. Ich habe nochmal kurz das Spotify aufgemacht auf dem Handy und habe geguckt, ob ich nicht wirklich im Schaffermodus bin. Weil ich dachte mir, da fehlt mir irgendwie ein bisschen Vorgeschichte. Ja, die man da, die man da im Buch hat. Willkommen. Wahrscheinlich wieder, ne? Das ist auch so, wo ich ja letztens mal bei meinem Mottenmann gemeint habe, zum Glücklich, äh, zum Glücklich, zum Glück habe ich mir da den, den, äh, den, äh, Record-Release-Podcast angehört und habe halt so ein bisschen gewusst, um was es geht, weil da auch aus dem Buch ein bisschen das, äh, quasi, ähm, die ersten paar Sätze verlesen wurden. Diesmal habe ich das nicht gemacht anzuhören, weil ich ja auch nicht dran gelacht habe. Und, ähm, da hat mir dann am Anfang ein bisschen Information gefehlt, aber ich fand es auch nicht mal negativ, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, dass es das alles noch viel spannender macht. Und das ist so eine Sache, die mir bei den letzten Folgen ab und zu aufgefallen ist, dass man gar nicht so wirklich immer mit, dass man teilweise ein bisschen ins Geschehen reingeworfen wird, was aber auch irgendwie nicht schlecht sein muss. Ich fand es bei Mottenmann ein bisschen irritierender. Hier fand ich es auf eine Art und Weise irritierend, dass ich es schon wieder cool fand, weil es einfach so mysteriös gemacht wurde und, äh, gar nicht mal irgendwie, ähm, irgendwelche Umstände als gegeben, äh, einfach hingenommen wurden. Weil letztes Mal war es ja, glaube ich, so, dass der, dass die Folge damit begann, dass sie direkt zu diesen Typen hingefahren sind. Genau. War ein bisschen wie beim Karpatenhund. Und den Auftrag schon gegeben bekommen hatten. Und man sich fragte, hä? Und dieses Mal war es halt irgendwie so, ähm, es ging halt mit irgendwas los und dann hieß es plötzlich so, Leute, ich hab da irgendwie, was ist denn da los? Und dann haben sie selbst darüber abgesprochen und dann wusste man so, okay, die wissen selber nicht Bescheid, was los ist. Und das war cooler. Da hat man sich so ein bisschen mit, äh, im Raten gefühlt und hat nicht so einfach zugehört, was die anderen schon wissen. Da war man so ein bisschen mit dabei, da war so ein bisschen der Uwe. Und das fand ich ganz cool. Also das fällt vor allen Dingen deswegen auf, weil, ähm, also wenn man jetzt die Buchvorlagen nicht so direkt kennt, dann ist das eigentlich was, was jetzt gar nicht mal zu wild erscheint. Aber wenn man immer mehr aus den Buchvorlagen erfährt, so, ja, da gibt's halt eine wirkliche Einführung in die ganze Sache und, äh, erst mal so von den dreien quasi eine Ausgangssituation, dann ist das wieder was anderes. Da denkt man so, ich weiß, dass Informationen fehlen und deswegen fällt mir das auch auf. Okay. Also du hattest quasi die Bucheinleitung jetzt gekannt gehabt, oder? Hm? Du hattest jetzt die Bucheinleitung gekannt gehabt, oder? Ja, genau, die wurde da wieder verlesen. Okay, um was ging's da ungefähr? Kannst du kurz zusammenfassen? Ähm, das, also es war tatsächlich nur wenig, äh, also nur wenig Zeit eigentlich, bevor, äh, Bob da in den Baumarkt war. Ich glaube, das fing halt damit an, dass irgendwie gesagt wurde, warum Bob in den Baumarkt musste und dann kam's halt zu der Situation. Also man hat auch nicht wirklich mehr erfahren vorher, von wegen, dass da irgendwie schon, äh, bekannt gewesen wäre, dass die drei Fragezeichen da irgendwie am Start sind und die Jungs merken, warte mal, das sind wir ja gar nicht. Nee, genau, weil das, äh, dadurch erfährt Bob davon ja überhaupt erst eigentlich. Richtig, genau deswegen. Und das ist im Spiel auch so. Ja gut, dann ist das ja nicht so wild. Ja, was wolltest du gerade noch sagen, Anders, vorher? Äh, bevor ich dich unterbrochen hab? Achso, ja, dass halt bei anderen Folgen, irgendwie zum Beispiel Karpatenhund oder so, da ist ja auch eben der Fall, dass die drei direkt schon beim Klienten sind und dann mit dem Sachen bequatschen. Ja. Übrigens auch eine Sache, die wir hier vorhaben einzuführen, beziehungsweise ich hab da Pascal ein bisschen zu bequatscht, nämlich, dass man sich denn so, ähm, die ein oder andere Folge empfiehlt, die man dann in der kommenden Podcast-Folge, die man dann zu zweit macht, bequatschen könnte. Genau. Da müsstest du aber eigentlich auch mal generell wieder regelmäßige Folgen zusammen machen, dass wir das umsetzen könnten, weil dann würde es ja eigentlich viel mehr Sinn machen. Ja, stimmt. So alle halbe Jahr machen, na gut, alle halbe Jahre kommt ja irgendwie alle zwei Monate mal eine neue Folge raus, aber das könnte man öfter mal sogar als Anlass nehmen, einfach mal, weiß ich nicht, alle paar Wochen einfach mal dann zusammen was zu machen, wenn man halt einfach mal über irgendwelche Folgen labern kann. Ja, klar. So alle zwei, drei Wochen vielleicht oder so. Ja, richtig. Ja, voll geil. Da muss ich mal überlegen, was man da auswählen könnte. Ich hab tatsächlich schon ein paar Ideen. Uh. Für eine Folge, die du dir anhören könntest. Ja, bin ich mal gespannt. Bei dir sind das vielleicht eher die älteren Sachen, hast du schon gemeint, die du mir quasi auftragen wirst. Genau. Wo ich auch gespannt bin, weil da kenne ich halt selber einige, einige viele nicht und hab auch bei einigen vielen gar nicht so den Drive bisher gehabt, die selbstständig mal anzugehen. Aber das wird sich dann jetzt, ja, dann auf jeden Fall durch dich regeln lassen. Dass ich da auch mal reinhöre. Weil ich nehme mal an, die werden trotzdem alle geil sein. So, das sind ja alles drei Fragezeichenfolgen. Ja, hoffe ich. Also, das sind dann, gut, die älteren Folgen, das sind halt welche, die hab ich auch viel in der Kindheit gehört. Da kann auch ein bisschen Verblendung sein. Ja, normal. Sag ich mal so. Aber an sich sind das, glaube ich, schon ganz feine Sachen. Schisch. Da bin ich gespannt. So's. Ja, genau. Um auf die neue Folge zurückzukommen. Also, wie gesagt, die Jungs fragen sich halt, was da los ist, weil scheinbar gibt es halt irgendwo einen anderen Bob Andrews, der im Auftrag der anderen drei Fragezeichen da irgendwo ein Rätsel zu lösen hat und deswegen einen Metalldetektor kauft. Richtig. Dann erfährt ja Bob auch direkt noch von der Kassiererin, an der Baumarktkasse quasi, um was es da geht, um wen es da geht und wo man diese Person ausfindig machen kann. Es geht auf jeden Fall nicht um eine 1,50 Meter große Latte, die man sich hinten reinschiebt. Das wäre auch, glaube ich, nicht jugendfrei. Da wären wir dann auf einer anderen Plattform unterwegs und nicht auf Spotify. Gibt's eigentlich irgendwie... Na, wer weiß. Kategorie Sex Podcasts gibt's ja schließlich auch. Was? Von daher... Das sind wir drin. Weil wir einfach viel zu hot sind. Richtig. Aber auch nur wegen dem Video-Feed. Aber natürlich. Ne, weil natürlich auch unsere Stimmqualität so mega sexy klingt. Ja, aber selbstverständlich. Wofür haben wir denn hier mehrere hundert Euro in die Audio-Equipment-Sachen hier reingepackt? Ja, wozu haben wir uns mehr als hundert Euro an Mikrofone in den Arsch geschoben? Was? Für die perfekte Raumakustik. Im engen Raum. Da hast du keinen großen Hallraum. Nee. Da brauchst du auch wenigstens keinen Pop-Schutz mehr. Brauchst du ja einen Pop-Schutz tun. Aber vielleicht dient der dann auch als Pop-Schutz. Wer weiß. Der Witz war flacher als manches Hinterteil. Ach Gott. Kompletter Marsch, ey. Wenn man halt so viel Scheiße labert, da muss man halt auch gucken, wo man das entsprechende Aufnahmegerät unterbringt. Richtig. Kannst du deinen Zoom-Record-Eiten reinschieben? Der ist ein bisschen zu kantig, glaube ich. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Kannst du ein bisschen Ambient-Recording machen. In Stereo? Das wird dann einfach der Hintergrund-Sound für die Neu-Vertonung. Wenn du gerade mit Peter quasi auf dem Schottplatz umherläufst und dann den Koffer seht. Naja, nachts allein gebüscht, ne? Genau. Wir haben uns nur versteckt. Psst, zähl mal ruhig. Das wird auf der anderen Seite das Sound. Ja. Da musst du ja teilweise auch so relativ viele Atemgeräusche machen, weil dazwischendrin mal solche Stellen waren, wo so kurz mal irgendwo hinlaufen oder so ein bisschen hinrennen oder am Hecheln sind. Ja, das kann man dann sicher nutzen für so einen Zusammenschnitt. Oder wie von einer kalten Dosen auf Joli. Ja, genau. Wo kannst du sagen, vielleicht dauert das Projekt gerade so lange, weil du die ganze Zeit noch an einer Kütukakke-Version schneidest. Genau. Alternativ. Alter. Da muss ich gerade wieder an diese Stelle denken mit TKKG. Nee, ich kann verrate. Ich habe eine Waffe. Bam. Justus. Patz. Schön. Durchatmen, durchatmen. Ein Detektiv klatscht jeden. Ja. Ach Gott. Ja, genau. Und dann wird sich eben eine neue Folge zur entsprechenden Adresse gegeben, wo dann eben eine gewisse Dame haust, die die drei Fragezeichen engagiert hat. Richtig. Die Mrs. Wicard heißt die, glaube ich. Willard, glaube ich. Oder Willard. Ja. Die dann im Endeffekt das Grundstück und Haus ihres verstorbenen Onkels übernommen hat und da haust. Und da gibt es natürlich dann ein Rätsel. eine Geistererscheinung und ja, drei falsche Detektive. Und, was mich sehr gefreut hat, Schnabeltiere. Stimmt. Die gibt es da nicht wirklich, aber sind präsent, zumindest mal im Geiste und im Herzen. Hell yeah, Schnabeltier. Ja, ich wollte gerade sagen, Grüße gehen raus an Dandelik Entertainment. Ja. Ach Gott. Ich meine, ich mochte Schnabeltiere zwar schon vor Deponia, aber Danke viel, das sind Verbe. Richtig, richtig. Ich war immer ein großer Fan von Parade im Schnabeltier. Agent P. Ja, auch wenn die nicht viel machen an sich, aber die sind schon cool. Außer die Wunder schon Geräusche. Ja, auf jeden Fall. Und genau, ja, bei Deponia gibt es die auch. Hell yeah, Schnabeltier. Das ist geil. Das ist einfach genial. Und ja, ich fand es cool, dass da Schnabeltiere genannt wurden. Das hat mich irgendwie sehr gefreut. mich tatsächlich auch. Das war so ein kleiner Wohlfühlmoment. Ich weiß nicht warum, aber ich bin halt auch ein großer Schnabeltier-Fan. Ja, ich brauche auch so eine Schnabeltier-Mütze wie bei Deponia. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Feinste Poesie, Alter. Ja, jedenfalls, jedenfalls wurden halt dann die drei, die echten drei, Fragezeichen, relativ schnell vom Nachbarn beim Schnüffeln entdeckt, wie sie sich halt quasi ein Bild der Lage machen wollten und mussten sich halt irgendwie rausreden, warum sie denn da sind. Weil die drei Fragezeichen können sie ja nicht sein, die sind ja schon da. Richtig. Und dann waren sie halt Schnabeltier-Forscher, beziehungsweise halt Bioleistungskursler, die halt nach Schnabeltieren suchen, weil es Gerüchte gab, dass es hier welche geben soll in der Umgebung. Und dann haben sie sich halt auch genau so der Wes Willard vorgestellt und sind auch relativ schnell dann eben unter den Namen Jonathan Miller, Stan Young und Mickey Jefferson, die ich ja vorhin schon genannt habe, wer sind denn die Leute? Sind sie eben auch an die drei Wasserzeichen, wie der Nachbar gesagt hatte. Fand ich auch sehr geil. Ja, wie hießen denn die drei Wasserzeichen oder sowas? Fragezeichen, keine Ahnung, nicht zugehört. Sind sie eben an die geraten, muss ich auch ein bisschen an Skilly Norris denken, wie den drei Satzzeichen. So drei unerträglichen Satzzeichen, die ich nie wieder belästige. Und dann genau, fand ich das doch schon ziemlich cool so. Und dann war das eben ein ziemlich lustiges Hin und Her die ganze Zeit. Und ich fand es ja auch ziemlich lustig, was ich dann hier, weil sie sich ja auch entsprechend ein bisschen umgestylt haben, um nicht aufzufallen. Wobei ich das lustig finde, weil eigentlich man, guck mal, also selbst wenn sie als sie selbst aufgetreten wären, also das fand ich ein bisschen schwachsinnig, ich sag mal so, nur weil man sich eine Brille aufsetzt oder die Haare zum Zopf zusammenbindet, heißt das noch lange nicht, dass man wie ein anderer Mensch aussieht. Das heißt, wenn die drei Fake-Fragezeichen gewusst hätten, wie die echten aussehen, hätten sie es oder so erkannt, nehme ich an. Ja. Und deswegen fand ich es ein bisschen schwachsinnig. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie Justus' Frisur jetzt ausgesehen hat, weil es hieß ja ein abrasierter Streifen. Ist die Frage, wurde ein Streifen rausrasiert oder wurde quasi ein Streifen als Irokese gelassen, weil dann würde nämlich Justus ungefähr so aussehen wie der Drachenlord aktuell. Das fand ich eine lustige Vorstellung. Oder wie halt Oliver Rohrbeck in seiner Punk-Phase damals. Oder so zum Beispiel. In der Zeit, als er BLAB kennengelernt hat. Ja. Das fand ich echt interessant, als ich das so mitbekommen habe, weil die beiden sich wohl in der Punk-Szene kennengelernt hatten. Fand ich cool. Dachte ich so, ach, Ärzte und drei Fake-Zeichen. Nice. Die drei Fake-Ärzte. Genau. Die drei Ärzte-Zeichen. Genau, die drei Ärzte-Zeichen. Geil. Naja, auf jeden Fall fand ich den Aufbau der Folge bis dahin schon mal ziemlich geil, weil du halt echt so, eigentlich generell die ganze Zeit, weil du halt immer diesen Hintergedanken hattest, wo kommen diese drei Fake-Frage-Zeichen eigentlich her? Weil das wusste man die ganze Zeit ja gar nicht. Das war ja so ein bisschen das Mysterium der Folge eigentlich. Ich muss ja auch sagen, bei dem Umstyling habe ich ein bisschen gehofft, dass sie dann darauf hinausgehen, dass sie quasi dann aussehen, wie sie halt in echt. Also halt Andreas als Bob mit seinen Locken und Justus dann einfach mit Glatze. Und Brille. Genau. Ja, wäre lustig gewesen. Aber das, ich fand die Vorstellung vom Drachen Justus auch irgendwie lustig. Ja. übergewichtig und lustige Burkesen auf dem Kopf. Sprich, aber durchgehend sehr intelligent. Richtig, das ist der Unterschied dann, der ihn entsprechend vom, vom, ja, vom, vom Urlaubskirchen-Trend. Naja, jedenfalls muss ich, also ganz ehrlich sagen, also der Fall im Endeffekt drehte sich ja dann um, um eine, eine, ein Rätsel für eine Grabbeigabe, des Verstorbenen Eric Nguyen hieß er ja, glaube ich, das ist irgendwie so der, der, der vietnamesische Name, den ja ungefähr irgendwie jeder Vietnameser hat. Immer. Meine, also ich glaube wirklich, das ist glaube ich wirklich so ein Name, der halt sehr verbreitet ist in, in, in der, äh, ja, in dem Land. Ich habe den Namen das erste Mal gehört, tatsächlich. Echt? Aber gut, ich habe auch nicht so viel mit Vietnamesen zu tun. Muss man auch nicht. Ja, was? Ne, ich glaube, der Name ist, ist sehr weit verbreitet. Ich habe auf jeden Fall schon irgendwie öfter mal Leute mitbekommen, die so heißen. Ähm, und, äh, ja, das, äh, ging dann so ein bisschen um, um diese, diese Grabbeigaben, auch die Geistererscheinungen, aber das war alles irgendwie so ein bisschen nebensächlich, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, es ging wirklich, also, ich fand tatsächlich, dass diese, diese Frage, woher die Zeichen kommen, ähm, deutlich interessanter war die ganze Zeit, deutlich präsenter, auch als der eigentliche Fall. Ja, das auf jeden Fall, weil, ähm, das, ja gut, liegt aber auch daran, heißt ja auch die falsche Detektive, diese Texte, so ein Mittelpunkt. Und ich fand aber auch interessant, wie schnell und bereitwillig sie den Dreien, äh, für dieses Ferienhaus an dem Canyon da einfach die Schlüsse gegeben hat. Ja, gut, äh, also ach, da wollte ich hin, ja okay, hier, habt doch Schlafsachen dabei. Also, sie haben sie ja überzeugt, mit ihren wissenschaftlichen Ambitionen. Und wenn es die Dame ist, dann war ja Bob, beziehungsweise Mickey, in dem Fall, der ist ja dann bei Mrs. Willard geblieben. Ja. Und sollte dann den drei Fake-Fragezeichen, äh, ein paar Bananenbrote hochbringen. Ja. Und da kam man dann zum ersten Mal raus, dann kam man zum ersten Mal raus, dass es eben halt wirklich, äh, ja, auch definitiv, äh, andere Leute sind, als, äh, für die sich ausgeben. Abgesehen davon, dass man natürlich weiß, dass es so ist, weil die eigentlichen drei Leute ja auch dabei sind. Ja. Aber dann wurden ja zum ersten Mal die ersten, ähm, ja, richtigen Namen genannt. Und dann hat man ja gemerkt, so okay, was heißt Hochstaatler? Ja, gibt's ja gar nicht. Mockridge auch, ne? Ist ja der. Oder Skywalker, weiß nicht. Ähm, und, äh, ja, dann gab's da die erste Auseinandersetzung, wo wir auch so ein bisschen das Gefühl, oder wo auch dann eben die Fake-Zeichen, das Gefühl bekommen haben, dass da eben was im Busch ist, ähm, wo sich auch ein bisschen belauscht gefühlt haben und Bob schon so ein bisschen quasi, ähm, ja, unter Beobachtung hatten dann. Ach, belauscht, ich hab blau verstanden. Nein, 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 die haben sich so ein bisschen blau gefühlt. Voll, voll Bananenbrot, da war nicht mehr Bananenbrot drin. Das hat schon angefangen zu gären. Jaja, du, ein bisschen, ein bisschen Geheimzutat reingeschnippelt, du. Ne, jedenfalls, I'm joking on this ecstasy. Ja, wo wir bei der Avenged Sevenfold, äh, Anspielung der Folge wären. Ja, das ist gerade ein harter Zufall, aber hier ist gerade als zuletzt geöffneter Song auch, äh, Afterlife. Ach, Bei Spotify. Afterscheiß. Ja, wo wir wieder beim Thema Darm-Inhalte wären. Ach, Gott. Ne, geil, das war ich auf jeden Fall. Was? Warum sollte ich? Ah, mit Gott bin ich auch zufrieden. Lol. Ah, ja, wundervoll. Genau, gärenes Bananenbrot, da war mal stehen geblieben. Genau. Ja, und ich war tatsächlich, ähm, die Entwicklung der Folge, äh, hab ich dann zum Teil so, so eigentlich fast schon ein bisschen ausgeblendet, weil ich selbst die ganze Zeit so am, am Grübeln war so, wo könnten diese Fake-Fragezeichen herkommen, dann wurde dann auch der, der Zwirbelbart, äh, Franzosen, Belgier, äh, äh, der dann auch so ein bisschen mit drin hing, und, ähm, im Endeffekt ging es ja dann um, um Holz. Ja. Wenn man auf den Punkt, wenn man es auf den Punkt bringt, es ging um Holz. Das Holz vor der Hütte, das war wichtig. Das Holz in der Hütte? Stimmt, das war eher das Holz in der Hütte. Ähm, das Holz, das, es ging halt, es ging halt, äh, um Mrs. Hütte als Holz. Und, ähm, ja, ich fand aber tatsächlich, äh, also, jetzt wo ich gerade immer so ein bisschen reflektiere, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber dass eigentlich so ein bisschen die Handlung, ähm, was gut war, gar nicht so krass, ähm, gar nicht zu sehr ausgeweitet wurde, was ich ja auch bei Mottenmann gut fand, dass es nicht so abgespaced wurde und dann plötzlich irgendein Mafia-Ring dahinter stand, der irgendwelche Sachen schmuggelt und dann geht es plötzlich um Drogen und um CD-Schmuggel und um Medikamente und um Polizeihunde. Wer, wer mich kennt, der weiß, auf welche Folge ich da anspiele. Und, ähm, da ging es ja jetzt wirklich dann eher um was im, im kleinen Kreis. Halt eben mit dem, dem verstorbenen Onkel, dem in seinem Restaurant, wo noch kurz ein Abstecher hingemacht wurde und halt dieses Holz, was dann eben da im, im, im Umlauf war. Genau. Und wo man dann, äh, was auch so, so, so Charakterentwicklungstechnisch, ähm, fand ich es auch eigentlich cool, wie das am Ende alles, äh, am Ende quasi alles, ähm, also wir kommen jetzt einfach mal so ein bisschen, springen mal ein bisschen nach vorne, wer die Folge hören will, soll sich das nicht anhören. jetzt kommt auf jeden Fall das Spoiler-Teil, ähm, wie es am Ende halt aufgelöst wurde, dass das Ganze dann dahin ging, dass eben die, äh, diese spirituelle Beraterin, die Lee, ähm, von Demis Willard, die ja auch mit dem Onkel zusammengearbeitet hatte, dass die, das Holz wollte. nicht, jein, die wollte ja den Schmuggel unterbinden. Stimmt, ach, die war ja, die Wut, das habe ich schon wieder fast vergessen. Genau, genau, das Geile war ja, die wirkte ja eigentlich, als hätte sie was, als würde sie was im Schilde führen, ja, und war so ein bisschen fishy, aber im Endeffekt, war dann ja eigentlich der, der Belgier, war ja eigentlich der Schmuggler, und, ich weiß nicht, der, der Nachbar, der Baxter, hat er auch mit Zungen gehabt, im Endeffekt, glaube ich, haben die beiden nicht das zusammengearbeitet, oder, der hatte mir immer Brennholz verkauft gehabt, der, der, der Onkel, also halt Brennholz, Anführungszeichen, oder irgendwie so war das doch, und dann waren die ja eigentlich, waren die ja die Angekackten, und die Li war ja eigentlich von der, von der vietnamesischen Botschaft, slash Regierung, und wollte halt dieses Holz quasi, ähm, zurückholen, weil das ja gestohlen wurde, also halt, weil es halt illegal im Umlauf war, sag ich mal so, und dann, ähm, war das ja so, dass sie ja die drei, die falschen, drei Fragezeichen engagiert hatte, weil die, die ja persönlich irgendwie kannte, oder so, und, und die wollten ja, zwei von denen kannte sie ja persönlich, und dann haben sie quasi noch einen dritten mit rangeholt. Da fand ich es aber irgendwie auch dann, irgendwie so, so einen, so einen, so einen krassen Twist, dass die, die ja eigentlich, ähm, was Gutes tun wollte, falsche Detektive, äh, nicht nur engagiert, sondern sie halt auch wirklich unter falschem Namen auftreten lässt, was ja eigentlich dann irgendwie so ein bisschen Identitätsberaubung ist. Richtig. Weil sie sich ja auch mit Visitenkarte für jemand anderes ausgeben, und, ähm, übrigens Justus Jonas, der Boss, ne? Ja, mit uns an ihrer Seite gibt es kein, niemals an der Pleite, wenn das war. und dann so, erster Detektiv, Justus Jonas, der Boss, einfach nur Justus Jonas, der Boss, dann Peter Schaar, erster Assistent, und dann das erste Detektiv war gar nicht dabei. und dann, ähm, und Bob zweiter Assistent. Wer hat denn die getextet? Das war Justus, er ist schon sehr stolz darauf gewesen, naja. Ja, fand ich krass, dass die dann eigentlich für ihre, für ihre guten Intentionen, trotzdem anstatt die richtigen Detektive zu engagieren, mit denen sie halt zusammenarbeiten können, einfach dann, äh, die, die Fake-Detektive engagiert, weil das fand ich ein bisschen, eigentlich im Nachhinein finde ich das ein bisschen schwachsinnig. Ja. Weil, warum? Das wäre doch ein perfekter Fall für die richtigen drei Fragezeichen gewesen. Richtig. Plus denn, dass dann noch da die Sache dazu kam, dass er einer von denen mit dem Belgier dann da zu tun hatte, weil er von dem erpresst wurde. Und von dem erpresst wurde, weil er mit der Schwester von dem, äh, Bob, dem Fake-Bob quasi zusammen war, wenn das so irgendwie, glaube ich, war das auch, ne? Ja. Oder dem Justus, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe den Namen vom Fake-Bob vergessen. Kann man überhaupt erfahren, ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Ich weiß nur noch, dass der Peter, glaube ich, wie hieß denn der? Ming? Ja, irgendwie, der war ja auch Asiate, ne? Ja. Hast du noch nie einen Asiaten gesehen? Und der feine Peter dann so, doch schon. Ne, was sind das für coole Schlitze in deinem Gesicht? Ist das ein Münzeinwurf? No Racism an der Stelle. Bist du da? Ja, bin ich. Hast du, wie gesagt, das ist wirklich erst so, hä? Da hat er mich jetzt hier verlassen? Ich bin einfach gegangen, man sieht doch im Bild einfach nur einen leeren Stuhl. Der Kommentar war jetzt zu hart mit den Mädelsaugen, ne? Ich habe auf jeden Fall große Augen gemacht. Alter, geht gar nicht raus hier. Ne, jedenfalls, die Schnabelteesuche blieb erfolglos, aber das Holz wurde gefunden. Richtig. Und im Endeffekt wurde dann, ja, der Fall gelöst. Und ich fand es nicht, wie gesagt, also, ich fand es halt gut an der Folge, dass der Fall jetzt nicht zu krasse, unvorhergesehene Wendungen genommen hat, also im Sinne von abgespaced, von nach dem Motto, wir machen ein Kumpelspiel und schießen Leute ins Weltall, zum Beispiel. Oder wir gehen Skateboard fahren und decken irgendwelche Regierungsangelegenheiten auf. Oh Gott, ja, vor allen Dingen Skateboard Fieber war die erste Folge von diesen, also mit dem heutigen Intro, die ich gehört hatte. Nein, war es so spät erst. Ja. Davor kann ich halt nur bis Folge 120 irgendwie so in die Region. Krass. Krass, krass, krass. Alles, was doch das klassische Intro hatte. Also nicht das absolut klassische, sondern das vocal klassische. Ja, das schlechte Intro. Genau. Ja, das war wahrscheinlich dann in die etwas neueren Folgen keine sehr positive Einführung. Skateboard Fieber nehme ich mal an. Das ging tatsächlich. Ich war ein bisschen überrascht von der, von dem Anfang, weil das halt so mit Peter beginnt, der verfolgt wird. Ja. Dann, jo. Das war sogar noch cool, aber ich fand die Wendung Storytechnik halt sehr weiter ergeholt. Aber, ja, vor allen Dingen, dann war das halt auch zu einem alten Fall, den ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch gar nicht gehört hatte. Da ging mir dann halt auch so ein bisschen die Verbindung flöten. Aber, welcher war das nochmal? Boah, das weiß ich gar nicht mehr im Kopf. Nee, nicht so, Silber eine Spinne? Nee. Oder? I don't know, ich hab's grad. Ich folge nicht mehr so präsent. Silber eine Spinne, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Hm. Ja. Muss ich vielleicht doch nochmal Skateboard Fieber hören? Das ist die andere Frage. Ich sag mal so, ans Tut der Toten kommt nix ran. Das ist mein Lowlight. Einfach vom Storytelling und von der Art und Weise, wie die Folge einfach progresst. Ich kann's einfach nicht gut heißen. Naja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hart damit, ich weiß es nicht. Ja, aber ich find, sie ist halt schon fragwürdig. Man ist einfach ein zu hohes Niveau gewöhnt. Ja, das stimmt wohl. Und aktuell halten sie es ja auch wieder. Ich find die Folge hier auf jeden Fall sehr gut. Ich muss sagen, der Titel hab ich anfangs gar nicht angesprochen. Ähm, das Cover auch nicht. Der Titel mit einem anderen Cover vielleicht schon. Das Cover find ich halt auch so ein bisschen, also das ist halt einfach nichtssagend. Ja, da hat man halt ein, irgendwie, also es geht ja um die vietnamesischen Holzfiguren, die es da auch dann eben gegeben hat, aber die war ja auch eigentlich nur ein Behältnis für einen Schlüssel. Ja. Der dann zum Holz versteckt geführt hat. Aber eigentlich haben die Figuren ja jetzt, diese eine Figur, die davor kam, die jetzt relevant war, auch gar keinen tieferen Sinn gehabt. Mhm. Und das Rätsel wurde ja eigentlich auch nicht gelöst, weil das war ja auch eigentlich gar nicht echt. Richtig. Das war ja eigentlich auch nur da, um die drei Fragezeichen, die Falschen zu beschäftigen. Irgendwie, so war das doch. Boah, das mit den Schlüsseln, da sehe ich auch schon eine Parallele zu einer Folge, die ich auch in dieser Woche gehört habe. Mhm, welche? Da kann ich ja auch gleich was erzählen. Das Grab der Maya im Planetarium. Stimmt, du wolltest aber auch noch, ja, genau, schickt. Da war ja noch was. Richtig. da können wir auf jeden Fall nochmal zu der Folge abschließend sagen, ähm, ja, ich fand die auf jeden Fall gut, vor allem eben dieses, dieses Rätselraten bezüglich der, der falschen Identität, weil wirklich mal einen ganz frischen Wind reingebracht, finde ich. Mhm. Ähm, der Fall an sich war jetzt eher unspannend, aber der sollte ja auch eher weniger im Fokus stehen. Ähm, von daher fand ich halt, wie gesagt, dass es sich so alles auf eine Location so ein bisschen beschränkt hat, mit einem kurzen Ausflug da zum Restaurant noch und zum Baumarkt am Anfang. Aber sonst hat es ja alles irgendwie so ein bisschen in diesem Kosmos des Grundstücks von der MS Willard da und in diesem Gästehaus da umgeben, das abgespielt, meine ich, das fand ich ganz cool. Ich finde es immer ein bisschen cooler, wenn es so ein bisschen, ich sag mal, intimer gehalten ist, als jetzt zum Beispiel hier da irgendwie im Band des Drachen oder wie das hieß, wo sie dann irgendwie nach Japan oder China geflogen sind, nach China war es, glaube ich, und dann plötzlich so voll abgespaced irgendwo sind. Ich finde es immer cooler, wenn es halt irgendwie so, es spürt in einem Museum. in der Peter entführt wurde? Ja, genau die. Stimmt, oh Gott, ja. Ich finde es immer cooler, wenn es dann irgendwie so in einem Museum ist oder in einem größeren Gebäude oder halt in irgendwas, in sowas halt, oder auch zum Beispiel bei, ähm, Schattenwelten, dieser komischen Uni, wo das da war, oder so, wenn es immer so auf eine charakteristische Lokalität bezogen ist und sich da abspielt dann und nicht irgendwie von A nach B und hier und da und zurück und dann plötzlich mal ein Arsch der Welt und das kann zwar auch cool sein, eine Folge, die ich da spontan im Kopf habe, die ein Positivbeispiel dafür ist, ähm, ist zum Beispiel die Flüster in Puppen, heißt es, glaube ich, wo sie dann plötzlich nach Mexiko gefahren sind. Das ist ja quasi noch um die Ecke, könnte man fast sagen. Quasi eigentlich, ja, wenn man jetzt von Kalifornien ausgeht, auf jeden Fall. Oder, ähm, auch die Straße des Grauens, wo es ja gerade der Sinn davon ist, dass sie ja durch die Gegend fahren und reisen so ein bisschen, was ja auch das Ziel des Ausflugs, des Auftrags war, meine ich. Ähm, oder halt, wenn sie irgendwo speziell hingebeten werden, wenn ich sie durchscrollen, der schreiende Nebel, da wurden sie ja auch in so einem Dorf, äh, quasi beordert, aber da sind sie auch da geblieben, da waren das dann quasi der Schauplatz. Ähm, was auch noch ein Positivbeispiel ist, ist jetzt zum Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel die Toteninsel. Das ist ja auch eigentlich relativ abwegig, dass da plötzlich dieses Schiff einfach da ins Nirgendwo fährt. Ähm, also das fängt ja eigentlich auch ganz anders an. Da steht ja auch nicht fest von wegen, ey, hier ist ein Auftrag für euch auf irgendeiner Insel, sondern das passiert ja auch eher so ein bisschen aus Versehen. Und, ähm, das ist auch cool. Aber, ich sag mal so, zum Beispiel jetzt, äh, dann so Folgen, ähm, welche waren das jetzt, die ich da im Kopf hatte, wo es, wo es, äh, dann irgendwie ein bisschen abwegig ist. das hier, zum Beispiel mit China zum Beispiel, so einfach so nach China entführt. Ja, moin. Kann man machen. So einfach um die Welt geflogen. What the fuck einfach. Ähm, aber es gibt schon durchaus auch Positivbeispiele dafür. Genau. Es gab ja auch so eine richtige Reihe eine Zeit lang, also was heißt Reihe, aber es waren so, glaube ich, drei, vier, fünf Folgen, wo sie in jeder denn in einem anderen Land waren, weil sie da halt so ein bisschen eine kleine Weltreise gemacht haben. Ich glaube, da waren sie erst in Großbritannien, dann irgendwie in Deutschland auch mal zwischendurch, und sowas, und in Italien. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wo das war. Das ist auf jeden Fall noch vor der hundertsten Folge, meine ich. Vor der hundertsten. Ich hatte da jetzt irgendwie, dass ihr SMS aus dem Grab, äh, im Kopf gehabt, weil sie ja auch irgendwie nach Ägypten geflogen sind oder so. Ah, stimmt, kann sein, dass es auch damit irgendwie begonnen hat. Aber, aber davor, davor war Schatten über Hollywood, da waren sie auf jeden Fall in den USA. Dann Haus des Schreckens war auf jeden Fall auch, ähm, normalerweise eigentlich, äh, nicht so arg weit weg. Flug des Drachen kenne ich jetzt nicht, bei Fels der Dämonen sind sie auch innerhalb von Amerika verreist. Ähm, Pistenteufel beispielsweise, und Stimme aus demnächst, also so in den 70er, Dingern, weil ich glaube, Pistenteufel war in Deutschland, wo auch dieser schöne Kommentar von Bob herkommt, äh, wo dann eine Person da halt am Skispringen ist, und Bob sagt halt so ganz stumpf, ach, das war ja schlecht. Ja, beim leeren Grab waren sie ja in Venezuela, glaube ich, da war das war. Äh, da war Justus in Venezuela, genau. Genau. Dann bei Stimmen aus demnächst, da waren, ach, wo waren sie denn da? Die habe ich letztes Jahr erst noch gehört gehabt. Wo waren, das war aber nicht so weit weg, oder? Oder bin ich da gerade nebendran? Mh, nö, ich meine, da waren sie in Rocky Beach einfach nur. Okay, im Band des Voodoo weiß ich nicht, weil da, die habe ich nicht gehört, aber Geheimakte Ufo war auch in Rocky Beach, in Umgebung. Im Band des Voodoo, war das nicht die Folge mit Fettes Brot? Ich weiß das nicht, die habe ich nicht gehört. Ich glaube, ja. Ich bin ja. Aber Geheimakte Ufo habe ich auch gehört, die ist auch ziemlich geil gewesen, die hat mir auch ziemlich gefallen. Aber die Auflösung war ja auch ein bisschen komisch, aber ansonsten fand ich die nice. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war Franziska Pegula, dabei als Sprecherin. Was kann es sein? Die habe ich, den Cast habe ich da jetzt gerade nicht. Als so eine Art quasi Act-TX-Kameo. Hm. Nice one. So ein bisschen wie mit Geheimakte Springfield bei meinen Simpsons. Ich bringe euch Liebe, brecht ihm die Beine. Ja, genau, genau. Er bringt uns Liebe, brecht ihm die Beine. Das war geil. Ich würde die tatsächlich auch unter so eine einzelne Reihe als Doppelgänger-Folgen verbuchen, wo es so ein, zwei von gibt. Wie beispielsweise, das war glaube ich Folge 28, genau, der Doppelgänger. Da geht es um jemanden, der genauso aussieht wie Justus. Mhm. Aber ich glaube, der kommt allerdings aus Südafrika. Was ja auch witzig ist, das ist so ein bisschen eine Anspielung an die Filme, die gemacht wurden. Also im Nachhinein kann man das so sehen. Wir haben ja auch in Südafrika gedreht gehabt. Und dann gab es noch eine Folge mit jemandem, der einfach so klingt wie Justus. Das war der riskante Ritt. Auch eine sehr schöne Folge. Der riskante Ritt. Da sind sie in Mexiko. Das klingt nach nächtlichen Aktivitäten. Ich sage dazu mal nichts. Deswegen, da war ich auch schon am Überlegen so, empfehle ich dir vielleicht die Folge mal zu hören, weil die ist eigentlich auch ganz cool. Und da gibt es halt eine Stelle, man könnte die eigentlich schon fast eher als tragisch bezeichnen mit Peter Passetti, weil man merkt, dass er da stimmtechnisch schon so langsam gegen Ende kommt. Und da gibt es halt diese Stelle, wo sie sagt, er zeigt die in ihren Burro. Oh fuck. What? Davor wirklich so ein bisschen schwer atmet. Eieiei. Aber es ist an sich eine sehr schöne Folge in Mexico. In Mexico. Der riskante Ritt. Hör ich die Lieder von Mexiko. Ach ja. Der Puppenspieler von Mexiko. Der Todesflug in Mexiko. So, wenn wir den zweiten Wichser-Teil gucken, fällt mir gerade auf. So, wo ich die Anspielung so raushaue. Ey, die haben vor kurzem doch eine Blu-ray-Box rausgeballert, ne? Ja, richtig. Mit zehn CDs oder so. Für den Fuffi. Ja. Habe ich schon überlegt, ob ich mir die holen soll. Aber ich habe beide Teile der DVD, deswegen würde es eigentlich fast gar nicht so krass lohnen. Ich bin halt auch überlegen, ob ich mir vielleicht mal Teil 2 angucken sollte. Weil Teil 1 habe ich auf YouTube geschaut. Hast du noch gar nicht gesehen den zweiten? Allgemein glaube ich schon, aber das ist ewig her. Musst du mal machen, der ist richtig gut. Also richtig bescheuert, aber richtig gut. Ich finde es so schade, dass sich der Kalkof und der Pasefka über die Jahre so ein bisschen in die Haare bekommen haben, deswegen gibt es ja keinen dritten Teil. Der wurde ja eigentlich am Ende vom zweiten schon angeteasert, der Triple Vicks. Aber der kam dann halt nie. Das ist ziemlich schade. Ich finde die Filme so geil. Ich finde aber schön, dass die trotzdem quasi gewisse Sachen indirekt zusammen machen, könnte man sagen, weil beide waren ja auch beispielsweise schon bei den drei Fragezeichen. Das ist richtig. Das ist richtig. Und beide haben wir jetzt auch neulich erst, also das ist neulich, aber jetzt halt in den letzten Releases quasi in den Hörbüchern mitgemacht. Genau. Der grüne Geist war ja Pasefka, das war ja das erste, was rausgekommen ist. Und dann jetzt eines der letzten war ja Oliver Kalkofen mit dem lachenden Schatten. Genau. Auf jeden Fall auch beides sehr, sehr geile Hörbücher mit sehr, sehr geilen Lesern. Wo Peter seine Latte bereit hielt. Ja, genau. Und der Kampfhaltung. Wo wir ja wieder bei der Latte wären. Und den Baumarkt. Es führt einfach alles im Kreis zur Latte. Wie so mancher Stammbaum im Saarland. So mancher. Das Saarland ist ein großer Stammbaum. Das Einzige, was genau zwei Sachen, die ich feiere, die mit Saarland zu tun haben. Einmal DCVDNS, mein liebes Rapper. Und diesen einen Kanal, ich glaube, Ungekocht Genießbar heißt der. Auf YouTube. Die hatten damals so eine Werbung gemacht zu Fleischkäse. Also haben die da mal so einen Spot gemacht. Und die haben Subway auf Saarland nicht gemacht. Weil immer so ein Typ dabei ist, der immer so im Werbesbund so assi laut schreit. So belegte Brote. Dann hat er irgendwie noch so ein Steak in der Hand. Schwänker. Und so ein Blümchen. Betzecher. Ranzig Apelsaft. Das ist ziemlich geil. U-Bahn. Da muss ich an einen Kumpel denken, mit dem ich mal vor, weiß ich nicht, ich glaube, das ist auch schon zehn Jahre her mittlerweile, war ich mit dem einen Film gucken und dann, wir hatten halt so einen riesigen Bottich an Popcorn. Da war ein Loch im Popcorn. Und irgendwann hat er halt so eine Handvoll Popcorn genommen, das einfach geworfen und dabei gerufen, ranziges Popcorn. Ranziges Popcorn. Und dann war gegen Ende des Weges einfach der komplette Eimer leer. Ranziges Popcorn. Ranzig Apelsaft. Aber gut, dann würde ich sagen, Grab der Maya. Ja. Da kann ich auch gerne noch ein bisschen was zu sagen. Denn in einem unbekannten Land, obwohl eine Biene sehr bekannt. Genau, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ist die gestorben und jetzt liegt sie da begraben. Im Grab der Maya. Das ist aber nämlich. Im Grab der Mayas. Ja, grüße ich aus der Michi. Im Grab des Maya. Naja, also allein erstmal zur Atmosphäre muss ich da ein bisschen was sagen. Das ist halt echt geil, wenn man da in so einem Planetarium einfach schon fast liegen kann. Und dann hat man einen schönen Ausblick auf den Sternenhimmel mit der Milchstraße, Milchstraße. Die Milfstraße. Ich kann mich immer jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gehe, sehe ich die Milfstraße. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kursfahrt in der zwölften Klasse. Da waren wir in Madrid und da gab es so eine Straße, wo unser eine Lehrer gemeint hat, da kann man gerade abends sehen, wie da sehr viele Prostituierte stehen. Wir haben sie dann liebevoll die Icai der Prostitution genannt. Also quasi eigentlich die Notenstraße. Da stehen die Noten sich die Füße platzen. Ja, basically. Skandal im Spanier-Bizir, Klul. Skandal im 17. Bundesland. Die Spanacken, Alter, im 17. Bundesland. Ah, geil. Zurück zur Milfstraße auf jeden Fall. Genau. Hast du da gesehen? Kannst du liegen, kannst du dir anschauen. Richtig. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre, plus dann halt noch mit diesem 360-Grad-Sound. Das habe ich auch in meiner letzten Monotyp-Folge so ein bisschen beschrieben. Das ist halt einfach schön, wenn sie zum Beispiel zum Klienten gehen und die steigen gerade von ihren Rädern ab und dann hört man sie quasi hinter einem so langlaufen und bewegen sich halt dann immer weiter um ihn herum, während sie noch quatschen und so. Das ist halt echt schön gemacht. Das ist schon nice. Davor gab es noch einen Podcast, der veröffentlicht wurde von Cosmos Verlag, wo dann auch André Marx, der Autor der Geschichte, sich unter anderem geäußert hat. Und dann wurde da auch eben erwähnt, dass von gut 100 Planetarien, die es Stand 2007 zumindest in Deutschland gibt, nur sieben soundtechnisch überhaupt in der Lage sind, das so anzubieten, wie es letztendlich gemacht wird. Krass. Und das fand ich schon heftig. Ich glaube, gibt es das auch in Mannheim? Ich glaube schon. Das will ich mal kurz nachschauen hier. Also das Mannheim Planetarium kenne ich auf jeden Fall, da war ich auch schon. Aber ich weiß es nicht, wie das ausgestattet ist. Da war ich schon zu lange nicht mehr für. Grabe de Maia Planetarium. Planetarium Hamburg. Nee, das ist das ist nicht Mannheim. So Planetarium. Nicht ganz. Die drei. Warum auch immer da nur die drei steht. Genau. Hamburg, Berlin, Mannheim und Kiel. Hm. Nice. Also wenn man es schaffen kann, da hinzukommen, kann ich auf jeden Fall absolut empfehlen. Ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Aber ich sehe gerade die letzte Vorstellung, die war vor die war gestern. Scheiße. Vorgestern. Am Freitag. Aber es gibt aber noch welche. Die sind aber alle ausverkauft. Schade. Scheiße. Ja, da hatte mir eine Freundin noch geschrieben gehabt, mit der ich eigentlich dieses Jahr zum Mitmach, zum Beispiel zur Tour gehen wollte, im Dezember, nach Frankfurt. Ob wir da hingehen. Da hat der Enkel gemeint, ja, irgendwie habe ich aus den Augen verloren. Eigentlich ranze ich. Mal gucken, nächstes Mal aber dann. Wenn du sagst, das ist gut, dann werde ich das mal merken, auf jeden Fall. Also ich nehme auch an, dass die Folge nochmal als normale Spotify-Folge oder so erscheinen wird, weil das sind nämlich die ganzen Spezialfolgen, wenn ich das richtig weiß. Weil ich habe mich gewundert, warum erscheinen denn zwischendurch immer mal wieder so ein paar Folgen, die unter Spezial gekennzeichnet sind? Ich meine, das sind die Planetariums-Folgen. Sowas wie beispielsweise der dreiaugige Totenkopf und sowas. Oder hier dieses, ähm, wie ist denn das andere nochmal? Irgendwie so, ich habe den Namen vergessen. Tornadojäger unter anderem auch, genau. Oder hier das, das kalte Auge und sowas. Mhm. Wie gesagt, da war das Spotify-Seite drauf. Da gab es mal auch mal so ein anderes, irgendwie dieses Highstrung oder wie das hieß. Das war irgendwie auch bei Special-Folgen dabei. Highstrung, und das ist, äh, glaube ich, Mitmach-Hörspiel. Ah. Da habe ich das verwechselt. Das kann sein. Und der Hochspannung. Und der, und der Hochspannung. Oh, Brainwash und sowas gab es ja dann auch noch. Das war aber, glaube ich, kein Mitmach-Hörspiel direkt. Das war, glaube ich, war das nicht sogar so ein, so ein, so ein, ähm, wo ist denn das nochmal? Ich sehe sie gerade. Ähm. Top-Secret-Fall. War das nicht auch irgendwie so ein, was war denn das? House of Horrors ist ein Mit-Rate-Fall, genau. Ja, Mit-Rate-Fall, genau, sowas meine ich, ähm, dass du da halt, äh, wirklich auch das auf CD hast, aber halt dann selber auswählen kannst, was du halt quasi, wie der Verlauf ist. Da muss ich sagen, das finde ich den aber eher anstrengend. Jaja, das fand ich auch damals nicht so cool. Ich habe, glaube ich, nicht fertig gehört. Das habe ich irgendwie dann, äh, so ein bisschen beiseite gelegt gehabt. Auch wenn mich halt so, das Titelbild schon sehr anspricht, so mit dem Skelett da. Das sieht schon ganz nice aus. Aber jedenfalls, äh, Grab der Maya, ähm, Beginnen tut das Ganze mit einer kleinen Rückblende, könnte man sagen. Okay. Äh, von vor 20 Jahren, was sehr Indiana Jones-mäßig wirkt, weil es da halt um eine archäologische Entdeckung geht, äh, und zwar um eben dieses Maya-Grab, äh, und da fehlen einige Grabbeigaben. Deswegen fand ich auch so diesen, ähm, Zusammenhang jetzt so zur aktuellen Folge interessant. Ähm, und, ja, dann geht es eigentlich auch schon kurz danach direkt rüber zu den drei auf den Schrottplatz, wo sie denn eine Figur finden, eine von dreien, die in dem Fall keinen Schlüssel, sondern eine Karte enthalten. Ohne schlecht. Und, äh, ja, dann versuchen sie sich da... Eine Schlüsselkarte? Hm? Eine Schlüsselkarte eventuell? Könnte man schon fast so sagen, aber eher eine Schatzkarte. Okay. Äh, äh, ja, und dann treffen sie halt noch auf ein Mädel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt, irgendwas mit CH fängt es, glaube ich, an. Ähm, ja, jedenfalls durch die haben sie das quasi gefunden und diese Person hängt aber mit einem alten, äh, Weggefährten, beziehungsweise Widersacher zusammen, nämlich Skinny Norris. Hm. Der auch versucht, sich Sachen unter Nagel zu reißen, nachdem er mal wieder irgendeinen Auftrag erledigt hat und sich dachte so, ey, ich versuche den mal wieder abzuzocken, was da aber nicht so ganz klappt. Und ich muss halt sagen, es gibt noch keinen Sprecher, der Andreas von der Mähne für mich so ersetzen konnte als Skinny. Ja, das wäre jetzt gerade die Frage gewesen, wie das da gelöst wurde. Weil, ach, also der Sprecher, der war in Ordnung, aber stellenweise klang der mir auch ein bisschen zu gewollt jugendlich. Hm. So von wegen, ja, jetzt hört doch mal hier die Klappe, ne, das ist so, hm, weiß ich nicht, fand ich nicht so geil. Ich fand generell, dass das Skinny Norris eigentlich, also Andreas von der Mähne, eigentlich gar nicht mal so jugendlich klang, ähm, eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich immer, äh, Skinny Norris auch eher so als einen deutlich älteren, ähm, Charakter im Kopf gehabt, als jetzt, äh, die drei selbst. Obwohl die drei ja selbst auch gar nicht mehr so jugendlich klingen, wie sie eigentlich sind. Aber nimmt sie halt so hin. für mich war so der Unterschied, also zumindest dreien, ähm, von der Stimme, äh, klangen die immer so, vor allen Dingen in den alten Folgen, wie, äh, ja, die drei waren so 15, 16 und er aber schon eher so 19, 20 in die Richtung. Ja. Also das war für mich immer der Altersunterschied, soll ich jetzt mal. Und, ich find, er hat aber so dieses, ähm, rotzlöfflige, äh, eigentlich über die Jahre lang, die er Skinny gesprochen hat, immer ganz gut beibehalten. Weil, also ich fand jetzt nie, dass Skinny irgendwie klang wie, weiß ich nicht, 50 oder so. Das nicht, aber auf jeden Fall schon irgendwie sowas wie, wie, eher so Richtung Ende 20. Ja, so, so ein bisschen, also man könnte schon fast sagen, er klang irgendwann so ein bisschen Henning-Mai-mäßig. So, einfach irgendwann zu jung in ein großes Fast-Whiskey gefallen. Zum Beispiel, ja. So habe ich mir das dann quasi immer ein bisschen erklärt, aber, ja, so diese Art kriegt irgendwie bisher keiner der Sprecher hin. Ich glaube, in den normalen Folgen war es einer bisher, der den nochmal versucht hat zu ersetzen und jetzt in dem Planetariums-Hörspiel nochmal extra. Mhm. Ja, und nachdem sie halt diesen Fund gemacht haben, gehen die drei zu einem, zu einem Archäologen, beziehungsweise dem Archäologen, der das damals entdeckt hat, dieses Grab, um das es da geht, von, ah, das war nicht Tutankhamun, oder? Oder doch? Nee. Na, ist doch kein Maya. Ja, auf jeden Fall, von irgendeinem Maya-Gott hat er jedenfalls das, Grab gefunden. Und, ja, daraufhin machen sich dann halt die drei auf den Weg, um eben, äh, Hinweisen nachzugehen. Und Peter wird zwischendurch einfach mal mit einem Pfeil abgeschossen. Kann man machen. In den Hals. What the fuck? Und kommt dann ins Krankenhaus, weil die drei erst dachten dadurch, weil es halt jemand ist, der mit quasi so alten Maya-Taktiken jagt, also mit so einem Blasrohr und mit Pfeilen drin, hatten die halt erst Schiss, dass irgendwie Gift da dran wäre, aber nö. Alter. Es hat ihn einfach nur so quasi pieksend erwischt. Da, da dachte ich halt auch in dem Moment erst so, what the fuck, was geht jetzt ab, wenn das Ding auch noch vergiftet ist, denn? Ja, das ist ein bisschen sehr krass, aber nö. Ja, ein bisschen, ein bisschen sehr krass, kann man wohl sagen. Das rät so ganz gut. Ja, und letztendlich, es gibt zwar einen kurzen Ausflug nach Mexiko, glaube ich, genau, aber der Großteil der Geschichte findet halt auch alles eigentlich sehr geerdet in Rocky Beach statt. Und von daher, ich hatte halt erst erwartet, dass das halt wieder so ein kleiner Weltreise-Zirkus wird, aber nö. Es war doch geerdeter, als man dachte. Vor allem, weil denn der Archäologe sich denn doch als eher so ein bisschen aufmerksamkeitsgeil herausstellt, weil er damals, als er die Entdeckung gemacht hatte, zusammen mit, ich glaube, einem Kollegen und einem, ja, man könnte fast sagen, Fremdenführer, hat er aber den ganzen Rom für sich alleine eingeheimst. Und das wollte er in dem Fall dann wieder machen und hat dann nicht so ganz geklappt. Tja, manchmal läuft es halt nicht so. Richtig. Aber so viel zum allgemeinen Geschehen in der Folge. Viel mehr kann und will ich da gar nicht vorwegnehmen. War auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Wenn ihr bei euch in der Nähe ein Planetarium habt und bei euch noch nicht alles ausverkauft ist, dann hört euch das an. Dann könnt ihr euch mal richtig, ne? Richtig. Ich werde auch demnächst nochmal von so einer Planetariums-Folge berichten können, weil im, jetzt muss ich kurz nochmal nachgucken, wo habe ich denn das hingepackt hier, das Ticket? Scheiße. Scheiße. Denn es geht demnächst zu einer Folge namens Dorf der Teufel heißt die, glaube ich. Hm. Da bin ich auch mal gespannt, weil das klingt halt auch schon wieder sehr abgespaced. schon ein bisschen, kann man so sagen, ne? Ein bisschen Stadt- und Vampire-mäßig. Ich glaube, das kann ziemlich nice werden. Und worauf ich auch gespannt sein werde, ist eine weitere Planetariumserfahrung mit Pink Floyd. The Wall. Hm. Das ist ja, also den Film finde ich absolut grandios, den es dazu gibt, zu dem Album. Ja. Der ist absolut empfehlenswert. Und da bin ich mal gespannt, was die da denn machen werden. Ob es da nur ums Album geht, oder ob man quasi da den Film schaut, mit so ein paar 3D-Sound-Specials. Das könnte eine nice Sache werden. Klingt auf jeden Fall interessant. Den Film kenne ich gar nicht, muss ich zugeben. Oh. Bin aber auch bei Pink Floyd gar nicht so wirklich in der Materie drin. Also ich kenne so die paar wichtigsten Songs, aber ich habe mich da noch nie so wirklich krass reingefunden, muss ich mal sagen. Also, auch wenn mir die Musik an sich gefällt, die ich kenne, aber irgendwie war das Interesse für so einen deeperen Einblick bisher noch nie so wirklich da. Also, ich glaube, das könnte für dich auch durchaus interessant sein, so von der Thematik, was den Film, anbetrifft. Ja, also musikalisch denke ich auf jeden Fall auch, dass es mir zusagen wird, weil das eigentlich so ein bisschen diese Prog-Rock-Schiene ist, die ich ja eigentlich auch gerne höre, wenn es auch so mal ein bisschen chilliger wird. halt so so rhythmisch auch gerade das Song wie Money ist halt voll geil, oder halt auch logischerweise Brick in the Wall kennt man ja alles. Und ja, muss ich halt echt mal, muss ich mal, muss ich halt echt mal. Vor allen Dingen, es gibt so eine richtig geile Vermischung zwischen eben gefilmten Szenen und gezeichneten. Und die Übergänge da stellenweise sind so fantastisch, weil da geht es auch um Kriegstraumata und es geht ja eigentlich um ein Bandmitglied, was ja dann auch mit Drohungproblemen und so zu kämpfen hatte, aber in dem Fall verkörpert wird vom fiktiven Charakter Pink. und das Ganze nimmt schon interessante Ausmaße an. Vor allen Dingen, die Kommunikation innerhalb des Films geschieht eigentlich nur über die Tracks des Albums. Also es gibt nur sehr wenige Szenen, die wirklich von den Schauspielern irgendwie gesprochen sind oder so. Okay. Das war schon eine sehr interessante Erfahrung. Meine Mutter hatte den Film damals im Kino gesehen und hatte den damals aber gar nicht so wirklich verstehen können, weil eben alles nur auf Englisch war, damals schon, höchstens halt mit Untertitel. und du kannst ja die Musik nicht einfach so tonal übersetzen, sonst wirkt dir der Film überhaupt nicht. Und da musste sie quasi zweimal ins Kino, einmal um die Untertitel zu lesen und dann einmal um die Bilder zu sehen. Alter, okay, das ist natürlich so geil. Alter, Vater. Nee, aber muss ich mal merken. Muss ich mal merken. Habe ich auch letztes Jahr, als der Dave hier war, habe ich den mit ihm geguckt. Hm. Nice, nice. Deswegen, eine gute Sache. Na, ich habe jetzt erstmal, was Filme angeht, erstmal den Spider-Man Far From Home auf meiner Liste von Filmen, die ich dann nächstes verschauen möchte. Ach Gott. Oder auch mal wieder ein paar andere Konzertfilme generell. Ja. Ich habe letztens gerade wieder, habe ich letzte Woche im Podcast gesprochen gehabt, dass, ja, ein Orchesterkonzert von Alter Bridge angehört, wo sie halt mit Orchester gespielt haben. Und das war auch wieder ziemlich geil. Also es ist schon fett sowas. Metal mit Streichel-Einheiten. Genau, Metal mit Streichel-Einheiten. Gab es da einen Kommentar dazu, ist mir dann drauf reingefallen. Ah, sehr schön. Wo ich dir dann auch noch meinen Screenshot geschickt hatte, wo ich dir ein bisschen mit HTML wieder rumgespielt habe. Wie mit HTML rumgespielt, als an sich selbst rumgespielt, ne? Ah, ist beides angenehm. Dachte mir, dass du das sagen würdest. Zweiteres würde ich halt bloß nicht unbedingt auf der Arbeit beispielsweise machen oder so. Oder auch, würde ich veröffentlichen oder mir schicken. Richtig. Das wäre ein bisschen unangebracht. Ich meine, das würde dann in dem Fall eher unter sexuelle Belustigung fallen, aber... Als Belästigung meinst du? Sexuelle Belustigung. Kann man dafür angezeigt werden? Bestimmt. Alter, da kann man schon irgendwie eine Rap-Line draus machen. Über irgendeinen kleinen Penis oder sowas, das eher sexuelle Belästigung ist. Scheiße. Das ist eigentlich auch nur ein Gag, den ich mir von Bernie und Erd geklaut habe. Bernie und Erd, ja. Die, das war damals so eine Verarsche von, ich glaube, das war Freitagnacht News. Ja. Entweder Freitag oder Samstag. In dem Fall haben die beiden quasi auch einfach nur ein Auge und sind die ganze Zeit am Rumbumsen und Drogen nehmen. Das ist so behindert. Das sind halt trotzdem weiterhin auch so Puppen. Das klingt nach einem ganz normalen Montagmorgen. Da müsste ich dir eigentlich, die Dinger gibt es auch auf YouTube, kann ich dir ja gleich dann mal zeigen nach der Aufnahme, wenn du willst. Die Dinger gehen immer nur so zwei, drei Minuten. Oder schickst du mir im nächsten Stream als Reaction vorschlägen. Herrlich. Ja, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Mit den Nerven sind wir durch. Das auch. Wenn du Bock hast, kannst du noch einen Korn abholen. Wenn du noch Bock hast, noch Korn abholen. Kommst du hoch, holst du einen Korn ab. Genau. Das Video ist auch so geil. Ach so, ich muss ja hier noch die Folgenempfehlung aussprechen für das nächste Mal. Ja, ja. Die Hausaufgabe, genau. Nicht, dass ich das vergesse. Wenn du willst, kannst du dir da auch eine Folge raussuchen, die ich dann entsprechend hören soll. Ich bin schon mal überlegen. Ich weiß halt bloß nicht, was du schon gehört hast und was nicht. Weil du bist ja in den 120 bis 100 irgendwas nicht so bewandert, hast du ja gemeint. Genau. Ich habe eigentlich, mittlerweile habe ich allgemein fast alle gehört, aber ich habe die auch bei weitem nicht alle noch irgendwie großartig im Gedächtnis. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich empfehle. Kennst du das Special den Dreitag schon? Ja. Okay, dann hätte ich das nämlich genommen. Aber wenn du das schon kennst, dann ist es sehr gut. Die Folge liebe ich. Das ist sehr gut. Ich nämlich auch. Nach den Umständen muss ich mal gucken, was ich da noch... War ja auch, glaube ich, mit Pastefka, ne? Richtig. Da spielt er den Dude, der den Projektor kaufen möchte. Stimmt. Der stottert oder auch nicht. Was ich denn auch am ehesten im Kopf habe, ist halt so diese Situation mit dem Typen, der quasi Peter irgendwie ersetzen will. Ja, ja, genau. Den da durchdreht so, ich bin dein Peter. Ja, das... Actually war die Peter-Folge fast schon die, die ich am wenigsten mochte von den dreien. Ich fand die Justus-Folge irgendwie am geilsten mit dem, mit dem, diesem geisterhaften Typ, der da am Fenster erschienen ist. Diesem komischen Albino-Mafia-Typ. Und dann fand ich das mit dem die Bob-Folge mit dem Schulbrand, wo dann der eine gestorben ist. Die fand ich so richtig schön düster. So, und die Peter-Folge, die war halt creepy wegen diesem Stalker-Typ. Die fand ich auch gut. Ich finde keine von den dreien irgendwie schlecht oder so. Und wenn ich den Fall höre, höre ich immer alle drei eigentlich tatsächlich. Und deswegen höre ich auch selten, weil es halt so viel ist dann. Aber ist ja im Prinzip genauso, als würde ich mir jetzt Feuermond anhören oder die Geisterbucht, Schattenwelt oder Toteninsel. Also von daher würde er halt auch gut hier feueriges Auge ist nochmal ein anderes Kaliber. Die habe ich mir seit Release auch nicht mehr angehört. Aber... Ja gut, das ist aber auch ein Brocken, ne? Das ist halt fünf Stunden lang. Richtig. Wobei ich sagen muss, ich glaube in der Woche, wo sie rauskam, habe ich sie glaube ich dreimal gehört. Da hatte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt. Boah. Ich war froh, dass ich die einmal geschafft habe, durchzuhören. Zumindest mal... Zweimal habe ich sie glaube ich nur gehört gehabt. Aber das war auch geil. Also da habe ich auch eine Review von gemacht gehabt. Ich habe ja die letzten paar Male schon keine Reviews mehr gemacht, sondern immer nur im Podcast drüber gesprochen. Aber... Im Podcast finde ich es auch eigentlich immer am angenehmsten. Da kann man das... Ja, da kann man sich einfach Zeit lassen, die ein bisschen auseinander zu friemeln. Richtig, richtig. Ist ja gerade so... Also es sind ein paar Folgen dabei, die habe ich ja vom Namen auch noch nie gehört, wenn ich so ganz in die Alten zurückgehe. So Sachen wie das Gold der Wikinger. Der schrullige Millionär. Ist auch geil. Der höllische Werwolf. Dieses Cover, Alter. What the fuck? Ist auch noch ein paar Sachen dabei, die sind schon ein bisschen weird. Ich muss sagen, ein Cover, bei dem ihr irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich als Kind so Waffeln gegessen habe. Und ich hatte da dann so einen leichten Würgereiz, als ich das Cover gesehen habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber irgendwie bei Folg der Winde, Folge 41. Ich weiß nicht, warum. Bei dem Cover wurde mir immer schlecht als Kind. Bei diesem schlecht gezeichneten Indianer. Ja. Dabei ist die Folge eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, der erinnert mich vom Konsens auch sehr an gefährlichen Fässer. Auch eine sehr gute Folge. Ich habe auch noch nicht gehört. Mit einem Flugzeugabsturz, wo die drei mit Bobs Vater zusammen irgendwo in den Tiefen eines Urwalds abstürzen. Ach krass. Wo Indianer vergiftetes Wasser trinken, weil das ziemlich radioaktiv ist. Schick. Klingt nach einer sehr, sehr, ja, nicht weit hergeholten Handlung. Vor allem die Indianer dachten halt, das wäre irgendein böser Daemon, der sie befällt. Aber natürlich nicht. Normal. Das wäre es. Ich müsste eigentlich die Folge und die Originalmusik empfehlen, aber das mache ich nicht. Da habe ich sogar schon mal reingehört. Aber am besten die alte, wo die drei was singen sollten, wo sie gar keinen Bock drauf hatten. Den kenne ich schon. Hast du mir mal geschickt, dass es diesen Rap-Song wäre? Fragen, Fragen. Nichts als Fragen. Ja, die Folge, die ich denn tatsächlich aufgeben würde, wäre die Nummer 9, die rätselhaften Bilder, falls du die noch nicht gehört hast. Die rätselhaften Bilder. Ich muss mal gucken. Die Nummer 9. Nee, die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Aber ich weiß, dass du die schon mal erwähnt hast. Die habe ich aber noch nicht gesehen, tatsächlich. Gehört somit zu meinen persönlichen Lieblingsfolgen, weil ich sie auch schon in der Kindheit etliche Male gehört habe. Dann wird es wohl so sein, dass du mir die schon mal empfohlen hast. Jetzt muss ich überlegen. Ich könnte jetzt natürlich meine Lieblingsfolge empfehlen. Schrecken aus dem Moor, aber ich glaube, die kennst du schon. Kennen tue ich die schon, ja. Kennst du den Fels der Dämonen? Welche Nummer ist denn das? 133. Gehört habe ich die bestimmt schon, aber ich habe da tatsächlich keine wirkliche Erinnerung mehr dran. Dann packe ich mir die rauf. Ja, dann mach mal, mach mal. Das war tatsächlich, glaube ich, sogar noch eine, die ich sogar Vorschrecken aus dem Moor gehört habe. Und das war eigentlich eine der ersten, die ich kannte, weil da habe ich damals für die Schule, ich glaube, in der Grundschule noch eine Buchvorstellung von gemacht. Irgendwann habe ich dann das Hörspiel entdeckt, als ich das Buch schon gelesen hatte. Dann habe ich mir so, ach geil. Ich weiß noch, bei einer Folge, da war es so, die habe ich mir damals mal in der Bibliothek ausgeliehen, die Kassette. Und da war aber eine andere Folge drin, als auf der Höhle stand. Da war nämlich die Folge der Tote Mönch drin, aber das Cover war, nee, stimmt gar nicht, Höhle des, oder war es Höhle des Grauens? Nee, das muss noch vor dem Rechtsstreit gewesen sein, dann kann es nicht nach 120 gewesen sein. Denn war es, die Folge, die drin war, war Höhle des Grauens, aber das Cover war die Villa der Toten. Ordentlich schlecht. Der Tote Mönch ist auch eine geile Folge. Ja. Die habe ich auch noch hier rumliegen. Witzigerweise auch auf Kassette, aber da habe ich die Höhle irgendwie nicht mehr von. Die war, glaube ich, kaputt. Da habe ich es immer nur noch in dem Papier Umschlag quasi aufbewahrt, die Kassette, weil ich keine Ersatzhöhle hatte, weil mir die irgendwann runtergefallen ist und zerbrochen ist. Tja, so ist das nun mal. In der Tat. Vielleicht ist es da ja genauso passiert. Ja gut, dann haben wir doch hier wieder mal entspannt ein bisschen geschnackt über die drei Fragezeichen. Ist doch geil. Richtig. Jedes Mal wieder schön. Bis zum nächsten Mal habe ich ja vielleicht noch ein paar mehr Alben von A7X gehört und dann könnte man ja darüber mal ein bisschen ausführlicher schnacken. Ja, ja, gerne. Ich bat drauf. Da bin ich auch wieder so ein bisschen am reinfinden. Vor allem, weil ich auch wieder ein bisschen mehr Songs nachspielen möchte, weil ich echt gemerkt habe, dass durch meine ganzen vielen, ich sag mal, weitläufigen Tätigkeiten aktuell mit YouTube und Tontechnischstudium irgendwie so das Gitarrespielen üben so ein bisschen hinten ansteht und ich da technisch teilweise echt nicht mehr so fit bin wie vor einem Jahr zum Beispiel noch, da habe ich mal wieder ein bisschen Songs covern und da ist glaube ich eventuell eine ganz gute Idee und mal wieder ein bisschen die Chops auf auf Vordermann zu bringen. Von daher werde ich mich da in den nächsten Abend ein bisschen mehr reinhören. Ich hatte mir einige Reactions von dem einen oder anderen Song angeschaut und da haben dann auch einige erstmal darüber gestaunt, wie krass die Gitarren sind. Ja, ja, Sinister Gates ist schon ein krasser Typ auf jeden Fall, was seine Solosong angeht. Kann man schon, darf man schon nicht unterschätzen. Alle sagen, bei Sunfall ist irgendwie so voll die Poser-Metal-Band, was ich aber gar nicht finde. Das trifft vielleicht von Image her eher auf Five Finger Death Punch zu, aber selbst die machen geile Musik. Aber Van Sevenfold werden glaube ich immer so ein bisschen zu Unrecht, nicht gehatet, aber halt so, teilweise schon, aber ja, schwieriges Thema. Ich meine, die verkaufen halt auch einfach gut Platten. Ja, das muss Problem sein. Vor allem die Sachen, die ich bisher gehört habe und die ich halt komplett liebe, sind auch eigentlich so die Hits, wie so Sachen Bad Country, Afterlife und so was. Ja. Little Piece of Heaven fand ich sehr, sehr nice, weißt du. Also ich, obwohl ich den Film noch nie gesehen habe, musste ich ein bisschen an Nightmare Before Christmas denken. Ja, das stimmt. Bloß mit ein bisschen mehr Sex. Noch brutaler. Das ist, ja, das ist schon ein geiler Song auf jeden Fall. Was ich auch geil finde, ich weiß nicht, ob du den Song kennst, jawohl, es ist I Won't See You Tonight vom Waking The Fallen Album. Das ist ein Song, der mit einer der krassesten Vocalstellen beinhaltet. Der Song ist auch ziemlich lang, knapp neun Minuten und da ist irgendwann so im letzten Drittel gibt es so eine Stelle, wo er so eine kurze Bridge singt, im Shadows, die halt wirklich sehr, sehr hoch ist und das ist schon beeindruckend. Also live macht er das auch gar nicht mehr so, wenn ich den Song spielen. Das, da bin ich mal darauf aufmerksam geworden, auf die Stelle wegen dem Kanal Ten Second Songs, falls du den kennst, der immer so in verschiedenen Styles halt Songs covert und da hat er mal so eine Challenge gemacht, was man ihm so Impossible Vocal Lines schicken soll, die er dann quasi versucht nachzusingen und da war die Stelle dabei und da habe ich mir so, ey krass, stimmt, die Stelle ist da dabei, den Song habe ich immer so ein bisschen an den Tisch gekehrt, weil ich den auch vor der Länge auch damals noch nicht so ansprechend fand, weil als ich wenn ich so angefangen habe zu hören, es war so ein 15 rum, da war ich noch nicht so aufnahmefähig für lange Songs, da war das irgendwie nicht so in meinem Fokus und mittlerweile finde ich den Song richtig geil und die Stelle ist halt vor allem immer wieder Gänsehaut pur, also das ist schon eine krasse Leistung, also was mir auch noch sehr gut gefallen hat, vor allen Dingen, als ich dann noch mehr Kontext mit dem Musikvideo dazu hatte, war der Nightmare beispielsweise, wo sie am Ende des Videos dann quasi einfach nur das leere Schlagzeug zeigen, ja von The Ref, das ist halt auch ein krasser Song, wobei ich finde, der krasseste Song auf dem Album ist immer noch So Far Away, also den kann ich mir halt teilweise auch nicht immer anhören, weil der halt einfach sad as fuck ist. Ja, der ist ja auch so komplett an ihn dedicated. Der ist halt so fucking emotional, gerade wenn er der letzte Part anfängt, nach diesem kurzen Akustikgitarren-Break, wo du eigentlich schon denkst, der Song ist vorbei und dann geht's nochmal richtig los und dann ist es einfach boah, alter, könnte ich mich reinlegen und anfangen zu holen. Das ist der Wahnsinn. Den müsste ich eigentlich auch mal hören, ich muss sowieso erst mal, ich hatte angefangen City of Evil zu hören, kam da aber nicht ganz durch, weil ich war ein bisschen spazieren und so und dann war ich halt schneller als gedacht wieder zu Hause. Deswegen, ich glaube, da fange ich dann das Album einfach nochmal an zu hören und dann gehe ich von da an weiter über Self-Titled und Nightmare und so. Ich glaube, nach Nightmare kommt schon Hate to the King, oder? Ja, genau, nach Nightmare kommt Hate to the King. Ich muss sagen, bei City of Evil, da bin ich irgendwie nie so ganz durchgestiegen. Ich fand das Album immer so ein bisschen anstrengend ab einem gewissen Song. Ich finde am Anfang Beast in the Harlot ist ziemlich geil, dann Blinded in Chains ist auch ziemlich geil, Bad Country, Trash and Scattered sind so meine Lieblingssongs davon, aber alles danach, Seas the Day ist auch noch cool, aber alles danach hat mich immer so ein bisschen abgeturnt. Ich weiß auch nicht, warum. Wobei M.I.A. ist ja auch ziemlich geil. Es sind auch am Ende ein paar ziemlich lange Songs dabei, merke ich gerade so. Stranded in the World geht irgendwie so 9 Minuten 15, ist auch krass. Aber den Song fand ich auch nie so geil. Muss ich mir nochmal geben. Ich hatte erst versucht, mit dem ersten Album einzusteigen, das hat für mich aber so gar nicht geklappt, weil ich kann mit dem Metalcore Teil, der damals noch sehr krass drin war, nicht so viel anfangen. Ja, das ist schon anstrengend. Das stimmt wohl. Was ich sehr empfehlen kann, weiß nicht, ob du den kennst, ist der Song Set Me Free, der dieses Jahr veröffentlicht wurde von Diamonds in the Rough. Das war ja so ein bisher unreleased der Song von aus der Zeit von Hell to the King. Und ich sehe auch gerade, der ist da mit drauf auf den Diamonds in the Rough in der Neufassung. Und St. James, der ist auch ziemlich geil. Ist auch einer, der halt an Jimmy the Rough Sullivan halt dedicated ist. Der ist halt auch richtig fett. Der macht auch ziemlich Bock. Der ist auch eigentlich dafür, dass es halt um den Rough geht, ist er ziemlich happy und positiv sogar. Das ist eher so ein bisschen ein freudiges Zurückblicken auf gute Zeiten. Der Song ist ziemlich, ziemlich gut. Aber ich habe ja dann auch mir so den ein oder anderen Konzertausschnitt angeschaut und also das LBC-Konzert ist ja komplett geil. Absolut. So auch von der Leistung, wie Shadows da abgeht. Mega. Aber dann gibt es, ich glaube, das ist immer noch das neueste Video auf dem Avenged Sevenfold Kanal von einer Performance von Nightmare, wo Johnny dann einfach die etwas lauteren Teile macht, wo man einfach nichts versteht an Worten, weil das auch klingt, als ob er da gerade gar keine Ahnung vom Text. Was ich dir sehr empfehlen kann, falls du das nicht gesehen hast, es gibt eine Performance von Avenged Sevenfold von Nightmare, wo sie, ich glaube, in Helsinki im Hardrock Café besoffener einfach auf die Bühne gegangen sind, bis sie rausgeschmissen wurden. Und es gibt noch so zwei, drei Videos von Johnny Christ und Sinister Gates, wo sie sich gegenseitig getrollt haben. Da gibt es so ein Hin und Her. Da gibt es einmal gab es einen Prank, wo Johnny Christ angeordnet hat, dass die Backing Vocals von Sinister Gates auf dessen In-Ears irgendwie quasi auf Chipmunk gepitcht wurden. Und dann, und es hat aber wirklich, es hat niemand gehört, außer Sinister Gates auf seinen In-Ears. Das Publikum hat es nicht gehört, der Rest der Band nicht, nur er. Und dann hat er einfach angefangen, irgendwie bei Little Piece of Heaven, wo er eigentlich Backing singen sollte, irgendwas reinzulabern, weil er so gedacht hat, das hört halt jeder. Dann hat er einfach nur in den Song reingequatscht. Und dann hat er halt irgendwann den Mikrofonständer umgeschmissen, war halt irgendwie irgendwie angepisst. Und dann gab es, da hat er sich irgendwie gerecht gehabt, aber ich weiß gar nicht genau, wie er das gemacht hat. Das hat mir beim Stream, hat mir das mal als Reactions angeschaut. Und dann gab es noch eine Rache von von Johnny Christ, quasi die Rache-Rache, wo er dann Sinister Gates Hotelzimmer verwüstet hat, bevor er angekommen ist. Er hat dann irgendwie die Bettmatratze hinter den Vorhängen versteckt, irgendwie die Bilder abgehängt, überall hingelegt. Er hatte irgendwie das ganze Klopapier abgezogen und hat es im Raum verteilt. Dann hat er irgendwie den einen Stuhl in die Dusche gestellt und so einen Regenschirm drin aufgespannt. Die ganze Handseife irgendwo verschmiert und so einen Scheiß. Er hat auf jeden Fall das ganze Zimmer auseinandergenommen. Hat dann irgendwie noch zwei Flaschen vom teuersten Champagner bestellt gehabt, hat dann währenddessen noch mit seinen Kollegen gesürfelt werden, die das gemacht haben. Also irgendwie so Kamerateam-Kollegen und es war ein ziemlich witziges Video. Und dann kommt irgendwann noch ein Journalist und sagt, ja, ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut. Genau, das war im gleichen Stream, wo wir auch das geguckt hatten. Das war halt so geil, wenn man da die Flasche runterschmeißt. Kann ich mein Bier aufs Boot werfen? Ich finde das sehr gut. Wollen wir das machen? Wie war eigentlich nochmal die Stelle bei Auslindemanns Buch oder so, was er da vorgelesen hat? Ja, mit dem Nussknacker? Ja. Er knackt ganz einfach, jede Nuss und die nicht will, muss. Das war bei Michi und mir mittlerweile auch so ein Insider. Das ist ja auch so, da waren wir letztens gerade auf einem Seminar gewesen, so ein Business-Coaching von einem Coach, der heißt halt Kevin Hollywood, aus der Umgebung hier und hat halt so, er hat halt so, sein Spruch ist halt, aus dem Titel seines Buches halt, wer will, der kann. Und da haben wir halt auch so Gummi-Armbänder bekommen gehabt, wo das jetzt da draufsteht. Da habe ich mir so gemeint, wer will, der kann und die nicht will, muss. Das war immer so dieser Witz halt einfach, wo immer halt irgendwas in der Umgebung irgendwas ist und so, ja keine Ahnung, nachher geht es noch ins Gym und wird richtig geballert und die nicht will, muss. Wir sagen das halt so oft mittlerweile auch, ich finde das ja gut, aber auch mit diesem Akzent die ganze Zeit, das ist halt so ein Spruch, der hatte ich bei uns halt so krass etabliert. Irgendwann werdet ihr einfach zu Holländern. Wir haben auch schon gesagt gehabt im Stream, ich will dann irgendwann will ich mal das Alternative Ways von dem Typen interviewt werden. Ja. Das ist ein Lebensziel von mir. Und wenn ich selber anfragen muss, das ist mir scheißegal. Leute, folgt Alternative Ways bei Instagram und hypt uns hoch, ich will von Jackhalsen interviewt werden. Richtig. Ich will einfach von diesem Typen interviewt werden. Und kauft Ashtray. Ja. Ich halte das nochmal in die Kamera. Kauft Ashtray, Aschenbecher. Genau. Das ist, nee, also der Typ musste ja auch irgendwie für diese Bieraktion, glaube ich, dreieinhalb K Strafe zahlen oder sowas. Wurde mir mal in den Kommentar geschrieben. Irgendwo schon gerechtfertigt, weil er hat einfach eine scheiß Bierflasche auf dem Boot geworfen, wo Leute sitzen. Es war halt so eine Blechflasche und kein Glas zumindest. Also es wurde jetzt niemand irgendwie aktiv verletzt, aber es ist halt trotzdem schon heavy gewesen. Also das kannst du halt schon eigentlich nicht bringen, sag ich mal. Das ist richtig. Das ist halt schon krass. Aber naja, die Nivelle muss halt, ne? Ah jo. So ist das. Naja, ist aber auch, also es ist auch bescheuert. Ist das geil. Oh Mann. Und wo wir dann noch kurz bei Avenged sind, habe ich mir auch einen von den Breakdowns angeguckt, weil die schauen ja dann quasi so ein bisschen in die Songs rein. Ich finde krass, dass die überhaupt noch diese Produktionsdateien noch haben mit den ganzen einzelnen Spuren. Ja, die Productionsprojekte, klar. Und da kam dann halt so eine wunderschöne Stelle, wo man nur das Klavier hört und dann kommt irgendwann von den Vocals Long hair. Yeah. Ja, das ist halt, das ist halt immerhin der Fall sagen würde, mein letzter Friseurbesuch ist halt schon ein bisschen long hair. Deswegen habe ich es halt ein bisschen long hair. Beautiful, Alter. Scheiße. Na gut, dann nochmal ungefähr eine halbe Stunde, nachdem wir eigentlich gesagt haben, bis zum Ende. Sind wir am Ende. Richtig. Hätte ich mal gesagt, sei denn, dir fällt auch irgendwas ein. Aber ansonsten können wir, glaube ich, ganz beruhigt für heute Feierabend machen. Ja, der Lachs ist geputtert, würde ich sagen. Der Lachs, während der Podcast hast du das gemacht, Alter. Ja, ganz unauffällig, natürlich. Ganz unauffällig. Wenn keiner hinguckt, ne. Kamera beginnt ja erst oben rüber, das Bild, ne. Ei, ei. Gerade so. Ja, so einer bist du, ich weiß es. Ich weiß es doch. Ne, jedenfalls, danke fürs Zuhören, Leute. Shopcast Folge 64, es war wieder ein inneres Fest und auch ein äußeres Fest. Ja, innerlich war es ein Fest, äußerlich wurde ich fest. Genau. Ne, ähm, Fragezeichen, der Welt Sevenfold alles behandelt, was so geht und die nicht will, muss. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, macht's gut, knackt Nüsse, haut rein, nächste Woche Folge 65, im Kein Special. Das Special kommt erst zur Folge 69. da machen wir dein Live-Podcast. Ah, gut. Das könnte eventuell sogar hinkommen, wenn das, was ich letztens als Plan in den Raum geworfen habe, wenn das klappt dürfte, das ist sogar genau die Folge sein. Vier Wochen nach der 65. Aber da sagen wir mal noch nichts. Ja, stimmt. Hat es dir mal ein Thema überlegt, über das man ausführlicher mal reden könnte? Ja, das meine ich jetzt gar nicht, aber ich meinte eigentlich eher die Planungen in der WhatsApp-Gruppe, die ich letztens in den Raum geworfen habe. Ja, stimmt. Dann würde es ja quasi sogar gehen, so mit, also wirklich das auszuführen, den Titel der Folge. Hoffen wir mal das Beste. Was nicht heißt, dass es unbedingt passieren muss. Und wenn ich muss, will. Andersrum. Aber ja, so kann man es aussehen. Schon fast ein bisschen Ramsdain-Stil, ne? Ja. Scheiße. Richtig Stamm rein. Ja. Richard, Alter. Ne, wie wir mal sagen, Leute, haut da rein. Drei Fragezeichen off. Rick, abschließende Worte deinerseits. Kauft Estray immer noch. Immer noch. Kauft es nochmal, wenn ihr schon habt. Ja, wir haben ein paar ZDs da. Ach Gott, dann haut da rein. Bye, auf dem Stopp. кап io. Richtig. Vielen Dank.